hallo internet hey leute hallo leute herzlich willkommen zu einem weiteren live stream auf meinem und snog seinen channel hey was geht ab was geht ab black line ist da hey schaller der 10 ist der erste bei mir herzlich willkommen stream schön dass es bei mir auch als ob er bei der auch erster ist ja ja schaller ding der hatten und am ende so ein minus unterstrich minus ja wie hat er das gemacht wie kann er beim bein der erste schmerz den beiden channel leute herzlich willkommen schön dass ihr da seid hallo was geht was geht was geht schön dass ihr da seid du hast 200k ja aber leute ich habe 200k alter holy shit es ist immer noch crazy leute aber so verdient richtig nicht weil fix noch kein abo da gelassen habt macht es jetzt wirklich ich glaube die leute die gerade da sind das ist einfach das ist einfach das team fix die die glocke anhaben die aktiv am start sind freut mich dass ihr da seid leute herzlich willkommen stream ja ist wenn wie geht es euch gut die challenge weil da würde ich sagen schreibt die community challenge in die kommentare was ihr machen müsst für die leute die es noch nicht wissen und schaut auch bei snox vorbei der ist auch gerade live da könnt ihr beide sichten sehen wenn ihr wollt bei mir anders und genauso fix ist natürlich in der beschreibung verlinkt leute wie immer ich war bei 200.999 aber jetzt geht die abos runter was die 201 draußen geknallt leute herzlichen willkommen auf dem stream schön dass ihr da seid hi 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 wie kommen kennst du mich noch klar steve herz willkommen freut mich dass ihr alle da seid und wir holen heute ein paar wins würde ich sagen ein bisschen habe ich gehört oh ich muss meinen wins upgraden leute 1000 likes in 10 minuten leute das die community challenge mal gucken ob wir es packen dankeschön niklas für die fünf euro habe ich doch gesagt da geführt eine donation über super chat man und hulots haut ein euro raus und hat hey geschriebenheit ich bin bei dir inzwischen super chat wieder über noch mal rein und raus gemacht aber irgendwie keine ahnung wenn es nicht funktioniert vielleicht muss ich noch mal youtube da irgendwie entverwiesen danke für deine donation schieben hi an dich und fix ich habe niemanden gesehen aber das muss nichts heißen ich habe nicht darauf geachtet deswegen nicht nur aus dem augenwinkel so ja ich hab dich fliegen sehen aus dem augenwinkel hey Leute ist willkommen i don't know dankeschön für 100 äh 200 ich sage immer noch 100 nein 201.000 leute herzlich willkommen in teamfix dank für den support so heute ein bisschen duo bisschen auf wins spielen und so mit dem neuen skin ein bisschen auf safe spielen und so sollten wir bekommen und kann irgendjemand für mich nachschauen wie viele wins ich schon habe ich habe meine zahlen nicht upgrade und ich habe heute früh ein paar wins gemacht und ich glaube gestern auch schreibt mal in den chat wie viele wins ich habe das wäre sehr sehr nice stream neustand ist mein stream abgekackt die wollen einfach nur dass du neustadt ist der stream gefällt mir nicht start mal neu weiß was ich mir überlegt habe was denn aber ich weiß nicht ob das zu krass ist was für jede tausende abo zahlen die ich bis zum 24 stunden stream noch knack eine stunde dran hängen aber ich weiß nicht ob das so krass ist im 24 stunden stream ja wenn dann größer mitmachen das ist ja halt mega krass weil dem stehen wir nur vor die würden 10.000 abos noch knacken ne leuten das machen wir nicht wir machen challenges 433 habe ich wirklich 433 hey leute herzlich willkommen im stream ich glaube ich dass ihr alle da seid ich hab gar nicht so viele wins gemacht oder ich hab das vorhin schon gesagt das kann nicht sein ja vielleicht bin ich auch einfach nur schloss Leute das kann auch sein so 434 haben wir nämlich freut mich dass ihr alle da seid man herzlich willkommen im stream falls ihr noch nicht abonniert habt lasst ein abo da falls ihr noch kein like da gelassen habt lasst unbedingt ein like da Leute aber dann lasst alle mal gerne ein like da mega wichtig das ist ein logside stream das wäre eine ähre hast du irgendwo ein rifle gesehen äh ein burst liegt hier noch hier war kackloot ich hab gar nichts echt nicht aber ich kann dir das geben ja ne das ist schon ok also das kannst du behalten aber ne ich hab dir ein lila oh mein gott das ist echt kackloot hier ne ich hab aber keine ich hab nur einen grauen burst hab ich haben wir noch ne burst ne ja hier liegt noch ne burst wenn du magst gut ja nehm ich ja Dankeschön Niklas für die 5,50 Euro über Superchat wie gehts und kannst du meine FA annehmen liebe Grüße mir gehts sehr sehr gut danke der Nachfrage und tut mir leid ich nehme leider keine Freundschaftsanfragen an weil sonst kann ich irgendwann nicht mehr spielen das Freundesystem von Epic Games ist nicht so gut und dann wenn zu viele Leute online sind oder so kann man nicht mehr in Partys joinen dann wird man voll gespammt und das laggt und so deswegen I'm sorry ich nehme keine Freundschaftsanfragen an aber wenn du Glück hast bist du mal in der Community runden dabei dann können wir gerne zusammen spielen und Blacknagel danke für die 2 Euro und ich muss niesen oh gott oh gott kennst du das? dieses Gefühl das kommt nicht ja okay ich hab's überlebt hier ist ne blaue Pump drin hab ich danke holy macaroni das ist echt schlimm ah Black Angel heißt er Black Angel Noah ich grüße dich und Milan herzlich willkommen im Stream ich freue mich dass ihr da seid größer Schild ok mhm neue Pump willst du gehen? äh nee eigentlich nicht obwohl aha ist eigentlich schon besser als die wie du magst normale Pump so Double halt spielen sie nur dabei gern dir ah ich spiel bei Double ich nehme sie auch mit wir können sie ja sonst tauschen ne ne passt schon zu mir ne ist wurscht ich spiele auch Single Pump hier ist ein großer Schildrank ich sag mal das Medikit ach mal kurz ob da oben Minis sind nope leider nein leider nein leider nein ok willst du den großen Schildrank gleich trinken? ja oder? äh liegt unten im ich guck mal ganz kurz ob du noch hast du ihn da umgebaut? wuhuhu wuhu 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 freut mich dass so viele hier eingeschalten haben schön dass ihr da seid morgen gibt es wieder ab 13 Uhr einen Livestream also wenn ihr Bock habt auf Livestream yo was das? Alice Timbeast what? er spendet 50 Euro im Superchat alter mega nice alter Schwede fettes fettes Dankeschön oh mein Gott Leute schreibt alle mal ein Herz in den Chat und ein Dankeschön holy crap der ganze Knuffitz danke für die 50 Euro du hattest die einfach verdient alle für fix ein Herz in den Chat hat er geschrieben er packt alle ein Herz in den Chat ein Herz in den Chat riesengroßes Dankeschön danke für deinen Support fix bin am Samstag nicht da oh nein Leute am Samstag unser 24 Stunden Livestream tragt es euch ein Leute Samstag wir starten um 12 Uhr schätze ich mal so yo sorry Battle Bus startet gerade Battle Bus mit der Grund du musst echt dieses Soundboard ne man achso ja ich kaufe mir aber ein neues Mikrofon Leute ich kaufe mir ein rote Procaster glaube ich dann hört man das nicht wenn mein Fenster offen ist und so ja das das sind die Hintergrundgeräusche nicht so laut ähm da vorne ist jemand im Osten ok da ist es 1 2 2 1 1 ist der einfach nur gerade ausgelaufen ganze Salve ja ja der ist auf K gewesen glaube ich riesen Dankeschön man danke für deinen Support Leute eine Minute noch haben wir die Community Challenge geschafft Leute tausend Likes auf dem Stream da bei mir werden es nicht schaffbar sein aber hehehe tausend Likes ich bin hochgelaufen und runtergefallen aber ich habe nichts gesetzt ok logisch 400 Likes gerade uh nice danke Leute danke für jeden Likes Leute wie viele Likes haben wir? schreibt es in die Kommentare ich weiß es nicht und Phil ist auch am Start hi Phil was geht? hey hey ähm Philokingu Phil mein Freund äh die Freunde von meinem Bruder hat auf Twitch angefangen zu streamen und ähm ich glaube die könnte noch einen sehr guten Moderator gebrauchen falls du Bock hast kannst du bei ihr mal zuschauen wenn es hier live ist der heißt Mariese auf Twitch kannst du ja mal einen Follower lassen und danke nochmal an Sir Knuffitz hat geschrieben hey kennst du mich noch? ich bin in fast all deinen Streams dabei mach weiter so danke dir und klar natürlich kenne ich dich noch Sir Knuffitz selbstverständlich ich merke mit den Namen von allen aktiven Zuschauern von allen von allen ich kenne jeden persönlich ich kenne jeden einzelnen von euch zum Beispiel Legend Benne kenne ich Felix Weber nein Spaß Leute ihr seid einfach zu viele es tut mir leid falls ihr euch nicht alle kennt ich bin schon abgehoben jetzt mit den 200k ist es ihm alles egal 200k da muss man halt mal ein bisschen abheben wisst ihr haben wir draußen geknackt? nice Leute ich schau gleich nach Leute wir bescheißen mich ja 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 aber fettes Dankeschön Leute danke für den Support Community Challenge ist langsam zu easy für euch brauchen wir was Neues wann ist der 24 Stunden Stream? diese Woche Samstag diese Woche Samstag ich hoffe ihr seid am Start Leute schreibt mal Hashtag 24 Stunden in den Chat wenn ihr dabei seid Samstag 12 Uhr Leute diesen Samstag bitte seid dabei 30 und roten Haus unten ist jemand ok unten im roten Haus wollen wir den pushen gehen? komm ok der baut sich da an der Treppe siehst du sie? ne noch nicht da bin ich ah doch ja der baut sich gerade mit dem Bus ja er baut sich hoch er baut noch weiter hoch Bau bitte noch weiter hoch, okay? Kriegst du den Zerfick? Den einen? Den einen habe ich. Oh! Ich habe ihn. Oh mein Gott. Fix machst du auch mal was? Ja, sorry. Ich habe nichts gemacht. Hier ist eine Bolt für dich. Ich habe eine Bolt. Von dem gerade bekommen, von dem anderen. Ich habe den Diegel ja echt nicht gemacht. Oh nein. Von welcher Seite? Westen, oben. Oh Gott, ich habe gerade ein bisschen weggeknockt. Bildet das schon echt verdammt laggy. Ah, hier ist noch eine. Lass ihn pushen. Warte, ja. Mein ganzes Schild ist weg. Achso. 100... Oben auf dem... Nee, auf dem Dinkse. Hab ihn genockt. Oh Gott. Oh mein Gott, Alter. Du hast so meinen Arsch gerettet. Ich muss mich hin. Sein Mate ist im Westen. Ich habe ein Medikit rein. Immer noch oben, oder was? Würde ich sagen, ja. Hab ihn getroffen. Oh, er hat... Er ist so lowlife. Ah, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Also, er hat ein Bolt bekommen. Vor allem, dass kein Headshot gewesen sein kann. Ich meine, das hat ja nur noch seinen Kopf rausgeguckt. Aber okay, aber okay. Aber okay. Aber okay. Sein Mate ist umgelaufen im Schirmhaus. Ja. Der ist da. Er ist im Schirmhaus irgendwo. Ah, ich seh ihn. Nice. Ich hab sein 8 gefinished. Oh mein Gott. Nein. Das ist mit mir. Ich hab keinen Damage bekommen. Der ist runter gegangen. Der ist hier, wo der Chest ist, weißt du? Da ist er nach unten. Ich hab ein Indies für dich. Komm zu mir. Oh mein Gott. Er ist oben. Ganz oben. Äh, letzter Stock. Ich krieg halt grad gar nichts gebacken, Leute. Ich muss mich so einspielen. Es tut mir leid. Ich muss mich wirklich grad einspielen. Alles gut, alles gut. Und hey Leute, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. Ja, 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 ja. Leute, lasst einen Leiter. Supportet den Stream mit euren Freunden. Hier ist noch ein Mini. Willst du den mitnehmen? Äh, kann ich. Ich hab halt Bandages dabei. Aber ich nehm lieber ein Mini mit. Ich hab mir geschworen, jetzt erstmal nicht mehr die Pump mitzunehmen. Ja? Ja, ich mag die nicht mehr. Wieso nicht? Es spielt sich so kacke. Ich mag weder das Delay noch Double Pump. Weiß nicht. Ja, die spielt sich aber echt kacke, man. Also, ich find... Die spielt sich wirklich kacke. Ich hab auch überlegt, ob ich komplett umswitch auf Tactical Shotgun. Auf Tactical Shotgun. Oder auf Tactical, genau. Auf Tactical ist meiner Meinung nach grad das stärkste, weil... Oder auf Heavy. Weißt du? Ja, ja. Geht mir genauso. Das Problem ist, äh, ich fand die Shotguns in Fortnite so geil. Immer. Ich hab... Du weißt ja, ich war sogar richtig gut mit Shotguns. Immer. Ich hab alles zerstört, so. Und... Ich hasse jetzt die Shotguns in Fortnite. Ja. Ja. Aber ich hasse die Shotguns in Fortnite. Findest du die nicht auch so schlimm? Weiß nicht. Ja, doch, doch. Ich find die... Ich find die Shotguns auch richtig scheiße geworden. Vor allem durch diesen Delay. Hey, du kannst nicht mehr. Wenn du editest, ne? Mhm. Und du machst die Wand weg, willst schießen und brauchst eine halbe Stunde, bis du schießen kannst. Und wenn er innen sitzt und einfach nur wartet, kann er dir ein Headshot geben in der Zeit halt, ne? Und das ist mega kacke. Deswegen... Mit der Heavy Pump bist du ein bisschen schneller. Und mit der Tag bist du halt am schnellsten. Und dann gibst du halt lieber zwei Hits anstatt einen Headshot. Ja. Aber... Keine Ahnung. Ist auch schwierig, Leute. Wie findet ihr die neue Shotgun, beziehungsweise den Delay? Weißt du, was sie hätte machen sollen? Was ich cool fände? Ähm... Wenn du... Es ist aber auch schwierig umzusetzen halt. Dass du halt einfach denselben Delay wie vorher auch. Alles ist gleich, ne? Wie das Schusssystem vorher auch war. Mhm. Nur du kannst einfach nicht zwei... Zwei Shotguns tragen. Oder zwei Sniper tragen. Dass du halt einfach nicht die Möglichkeit hast zu abusen. Ja... Aber... Fände ich besser als das aktuelle. Weil jetzt macht halt... Ist es halt für die ganzen Leute kacke, die nur Single spielen, ne? Ich spiele eigentlich immer nur die eine Waffe. Und für mich ist es halt kacke, ne? Ja. Da guck mal, wie lange die Sniper braucht. Ja, die Sniper braucht ein Jahr, man. Ich... Ich kann mich da so oft beschweren. Einfach draufswitchen und dann schießen. Aber das braucht ein Jahr, bis du dann schießen kannst. Und dann ist das schon weggepieft, weißt du? Ich hoffe einfach, das fixen sie nochmal. Oder... Oh... Er bewegt sich in der Sekunde. Aber... Ja, I don't know. Das wäre halt auch cool. Aber fürs Startgame wäre es halt kacke, wenn du halt nur irgendwie zwei Rifles findest und nur eine Rifle mitnehmen darfst. Und du die zweite mitnehmen willst für ein bisschen Munition. Ja klar, manchmal willst du einfach dein Mate die mitnehmen. Was? Wie war... Hast du den... Ich glaub, du hast den Baum gehittet. Hab ich? Ah ja, ich glaub schon. Der ist... Oh nein. Der ist... Oh nein. Den Shift, die waren auf jeden Fall welche. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Den Schiss, dass jemand von hinten pusht. What the fuck? Das war so ein sicherer Kill. Warte, das hat er, das hat er, das hat er. Das Spiel noch. Hat ein Hit. Wie? Ja komm, bleib noch mal stehen, dann bist du tot. Hey, komm, ich bleib stehen für dich. Ja, genau. Hab halt ne Rocket Launcher. Von hinten, von hinten. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Ich flank. Ist dein Rocket Launcher? Ja, ja. Ja, wie er sich abschießt und dann weg. Nein. Ich bin tot. Hab ihn. Was... Was zur Hölle, ich hab mega viel Damage bekommen eben. Was zur Hölle, ich hab mega viel Damage bekommen eben. Ja, du brauchst nicht. Fack dich. Hey, kannst du mich grüßen? Slate bewut. Grüßt ihn raus. Müsst ihr euch selber entscheiden. Ich find ihn relativ cool. Ich find den Backpack halt ziemlich nice und deswegen spiel ich ihn gerne. Schau mal, hier ist ein Mini. Kannst du schon mal trinken? Mhm. Aber ich finde, wie der... Der Skin könnte schon geiler werden. Also... Oder sein. Wenn der so... Findest du? Ich nehm mal neue Heaven. Ich find den mit einer anderen Farbe wahrscheinlich besser. Oh, zwei Fjord-Dinger zum Bauen. Ich hau die mal in den Fluss rein. Mhm. Oh, du hast jetzt die Minis genommen, ne? Ah, nein. Brauchst du noch ein Mini? Ne, ne, passt. Ich hab auch ne Lounge-Bild. Und, pusht jemand? Ich bin full-stacked. Auf uns? Ne, ne. Ich dachte ja, das war glaub ich nur... Ja, ich hab die zwei Dinger da gebraucht. Ja, ich dachte das wär so ein Bauteil, aber das war nur... Also ey. Ich dachte das wär jemand, aber das war nur so ein... Okay. Das ist ein Bauteil. Wollen wir auf den Berg nebenan gehen? Das ist so krass. 200k, ey. Leute, dankeschön. Also, herzlich willkommen. 600 Zuschauer gerade. Herzlich willkommen. Wir haben was machen. Mega nice. Mega, mega nice. Leute, wenn euch das Stream gefällt, lasst unbedingt ein Like da. Reportet den Stream. Schaut bei Snorx vorbei. Schaut bei Fix vorbei. Schaut bei Fix vorbei. Spielt ihr Heavy Pump? Oder spielt ihr Tactical Shotgun seit dem Update? Mhm. Was spielt die Mehrheit, ist die Frage. Ich muss sagen, mir gefällt die Heavy halt auch irgendwie nicht, weil... Die macht so unzuverlässig wenig Damage. Ja, ja. Ich mag das halt, die Leute want to shotten, weißt du? Ja. Wenn du einfach... Bam. 220 im Kopf oder so. Dann ist er instant tot. Hier liegen zwei... Was ist jetzt? Da unten ist jemand eingebaut. Und danken wir an Jonas Paul für die zwei Euro und an Peter. Hey! Peter, du warst gestern auf einmal weg, oder? Willkommen zu dir. Danke euch. Was? Okay. Das ist finished. Sein Maid steht daneben, hat nen Hit. Ja, ich komm von hier. Im Holz Ding. Ach komm. Wenn er nix baut, ist das gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass er was baut. Ah ne, ist tot. GG. Ich hast selber aufgeschossen. Ist noch einer. Der letzte, das ist der Noob, der da oben in diesem... Der im Norden. Ja, ich seh den. Er läuft, er läuft. Ne, es ist kein Noob mehr. Ist es noch der? Doch, es ist der. Er schießt mich mit dem Rocket Launcher. Ja. Wollen wir ihn trappen oder so? Ne, wir wollen noch safe. Ja, aber... Komm mal. Wieso trifft kein Schuss hier? Warte, warte, warte. Ich predict okay. Ah, er ist okay, jetzt ein Schuss. Nein. Nein. Okay, Chris spring auf meine Rakete. Sie kommt. Nein, nochmal, nochmal. Schieß. Sie kommt. Nochmal. Was kannst du? Du hast viel zu hoch geschossen. Einfach viel zu hoch. Es war ein perfekter Schuss, ey. Dann lass mal GG da. Viele spielen Double Pump. Aber Double Pump ist mega scheiße, Leute. Das macht überhaupt keinen Sinn. Pump SMG. Pump SMG habe ich mir auch überlegt zum Finischen. Pump SMG ist nice. Das ist auch ein gutes Ding. Aber es ist halt echt alles krank. Delayed irgendwie. Erster Shot Pump, dann Tactical. Habe ich gestern auch ein bisschen gespielt. Das ist auch nice. Pump it und dann ein bisschen wegfinischen. I don't know, Leute. Du hast 1,8,7 Muni gehabt. Nice. Leute, lasst gerne ein Like da bei Fix und bei mir, wenn es euch gefällt. Jeder Like hilft dir, Leute. Jeder Daumen nach oben. Supportet uns. Hashtag 1 in den Chat. Erster Win im Stream, Leute. Stimmt. Erster Win. Erste Runde. Wir zählen heute mal mit, okay? Wie viele Wins wir heute im Stream machen? Pow. Easy Cheesy. Vor allem, wir hatten mega scheiß Start Equip. Reveille, müssen wir mal schauen, wie die nächste Community runter wir haben. Zeig mal deine Tastaturbelegung. Die siehst du ja gleich unten rechts. Bei den Items. Jonas Paul hat nochmal 3 Euro. Er hat geschrieben, für den Sieg. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Und danke an Nix für die, an Nix für die, für die, äh, für den Abo. Den Abo, das Abo, das Abo. Ähm, nochmal runter? Ja, oder? Ja, ja. Easy Cheesy. Danke für die Abos, die reinkommen, Leute. Herzlich willkommen, Timfix. Und Peter, danke dir für deine 2x2 Euro. 3x2 Euro. Sorry, du bekommst heute deine frische. Okay. Ich hab mich schon gefragt, ich hab so, hallo Peter, bist du doch da? Hab dich einfach gar nicht mehr im Chat gesehen. Da geht ja einfach alles gut. Lukas, liebe Grüße. Offische Akex. Grüße gehen raus. Und Snox Swipe. Oh, hey. So. Wo ist Lenkrakete? Hast du die Lenkrakete gesehen? Die wurde gepatcht. Die wurde rausgenommen erst mal. Echt? Mhm. Wurde sie rausgenommen? Weil sie zu stark war, weil sie das Gameplay jetzt sehr zerstört hat für viele. Weil sie im Endgame halt einfach viel zu strong war. Ja, ich hab... Oh, fuck. Bist du auf mich? Nee. Wo ist der Gegner? Er landet. Er ist auf mich gelandet, oder? Ja, ja. Der rennt raus. Er ist auf der Straße. Okay, sie sind alle low. Sie sind alle low. Ich hab 4 Leute bestimmt auf 10 HP geschossen. Okay, 2 sind tot. Einen Knie hab ich auch schon gemacht. Danke. Sind nicht noch andere gelandet? Ja, es sind 6 Leute gelandet. Außer uns. 6 Leute! Ja, da ist der nächste. Nächsten hab ich. Nice one. Drei Schuss hab ich, ne? Ich hätte ne Ritle für dich mit Full Shoot. Für einen Full Shoot? Mit Full Shit wahrscheinlich. Vor allem mit Kacke hab ich sie. Iiiiih, ey. Der Gegner. Eingeschmiert. Uh, und Peter hat nochmal 2 rausgemacht. Danke dir. Boah, er gibt mir nen Bibelhit, man. Sorry. Hast du den? Nein. Okay, warte. Oh mein Gott. Meine Nades. Was? Deine Nades? Siehst du ihn? Hm, der war grad hier. Dann sind sie viel? Ja. Ey, der kann sich doch nicht versteckt so schnell. Deine Nades? Nee. Oh, die kamen von außen. Äh, außen, außen, außen. Ich sehe ihn. Ich bin nackt. Nice one. Ich hab aber leider keine Schuss. Da ist der letzte. Da ist der letzte. Da ist der letzte. Ein Hits? Zwei Hits? Nice one. Alter, du hast 4 Kills schon? Holy Crap. Aber ich hab auch richtig viele Leute noch in der Luft. Die waren alle noch in der Luft. Ja. Ich hab in der Luft so viele Leute abgeschossen. Mega nice. Du hast ne grüne Ralf, hast du schon? Ich hab ne Ska. Ja, okay, ich hab ne Ska, ey. Ich hab mir ne Ska rausgelassen, weißt? Ein bisschen YouTube Money ausgegeben und so. Leute, ja, ja, ja. Mann, irgendwie ist mein YouTube Chat zu klein, find ich. Ich müsste ihn größer, kann ich ihn größer ziehen hier? Warte, ich muss mir irgendwann nochmal so ein Ding bauen, wo ich den YouTube Chat größer mach. Weil manchmal spammen Leute einfach irgendwelche Smileys oder so und dann ist einfach, das wird zwar für euch nicht angezeigt, für euch Zuschauer, aber für mich, ich kann's anzeigen oder ausblenden. Und dann, ähm, seh ich gar nicht mehr, was ihr schreibt, Leute. Ist der Skin gratis? Nein, Mann, das wär geil. Und Gaming Studio Paul, ich grüße dich. Kostet 2.000 V-Bugs, Leute, das Skin. Ist noch nicht gelootet. Let's go. Felix hat hier 200.000 Abonnenten. Yes! Gestern geknackt. Yes, Mann, Leute. Mega nice. Samstag, 24 Stunden Stream. Ich hoffe, ihr seid am Start, Mann. Das wird cool. Deine Ehre, Leute. Es wird richtig nice, Mann. Ich bin schon gespannt. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen... Ich lass bei den Late-Night-Streams dabei sein, ab Mittwoch. Und... Ja, da werd ich wahrscheinlich auch ein bisschen mit streamen. Wahrscheinlich. Mal am Abend. Sehr, sehr gut. Wenn ich darf, Chris. Nee. Das ist meine Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich abends stream. Vielleicht nehm ich ein bisschen auf in Chrisheim Stream, Leute. Das ist von mir. Das kannst du gerne. Dankeschön, Chris. Grüße. Alle gratulieren mir zu den 200k, Mann. Riesengroßes Dankeschön, Leute. Jetzt sind wir schon 201.100 fast. Shit, ey. Wir brauchen 222.222. Das ist ne geile Zahl, Leute. Hast du Minis? Nee, leider gar nichts. Und, Leute, danke für die ganzen Abos Liga draus gehauen werden. Wenn es euch gefällt, ist natürlich gerne ein Abo da. Heute Road to 85.000 schon. Alter, 85.000. Das ist so crazy, Leute. Vielen, vielen Dank für das Wort. Bist du so gut oder bist du so gut? Sorry, ich hab Hacks an. Also, Leute, wenn ihr die Hacks kaufen wollt, dann checkt mal den ersten Link in der Beschreibung ab. Und dann müsst ihr euch einfach diese Cap bestellen. Und wenn ihr diese Cap habt und dann damit Fortnite spielt, dann seid ihr automatisch besser. Hab ich gehört. Leute, hab ich gehört. Oh, dankeschön an Eti Zocker für die 2 Euro. Wie findest du den neuen Skin? Achso, hab ich vorhin schon gelesen. Hab schon geantwortet. Ja, ganz cool. Und René hat einmal 1 Euro und einmal 2 Euro gespendet. Du bist super, Chat. Tut mir mega leid, dass ich's nicht sofort gesehen hab. Aber die Benachrichtigung spackt bisschen rum. Da muss ich mal gucken, mich da hinsetzen, dass ich das wieder hinbekomme. Ah, fettes Dankeschön für die Donation, Mann. Danke für deinen Support. Und It's Marios PvP haut 2 Euro raus, hat geschrieben. Hey, Fix, ich spende dir meine letzten 2 Euro, weil du cool bist. Mach weiter so. It's Marios, liebe Grüße gehen raus, Mann. Danke für deinen Support. Und Fußballfuchs hat 2 Euro raus, hat geschrieben. Mach mal einen Fortnite-Tanz. Ich höre, er meint, dass du eine Facecam danzen sollst. Nein, er hat da nicht dazu geschrieben. Ja, du schreibst mal dazu. Dankeschön für deinen Support, Mann. Ich hab nur ne Shotgun und ne Rifle, nenne ich. Ich hab gar keine Shotgun. Und grüne Rifle. Waren wir irgendwie greasy vielleicht? Ich sag's, alles gut. Ja, Q-Sox. Ja, klar. Herzlich willkommen an jeden einzelnen von euch, Leute. Freut mich, dass ihr da seid. Uh, und stillbathhd schreibt Abo und Like ist da. Danke dir. Nice. Leute. Daumen nach oben ist der beste Support, den ihr uns geben könnt. Ja. Ihr müsst echt nichts spenden. Es ist schon so krasses Support, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, Leute. Für euch nur ein Klick auf den Like-Button. Für uns halt mega, mega die Hilfe, um den Streamer zu ranken auf YouTube. Deswegen, Leute, gebt gerne ein Like, wenn's euch gefällt. Würde uns beide mega freuen. Also, mich schon, aber das ist eigentlich nicht. Der hat eigentlich keinen Bock da drauf. Was? Uh, Trex ist auch wieder da. Er geschrieben, hey, ich bin auch wieder da. Viel Spaß, wie immer. Danke dir. Ich hab ne graue Tech Shotgun für dich hier unten. Danke, Trex, für den Euro. Und ein Slurp, wenn du magst. Liegt beides hier unten. Yes. Schönen Haus. Oh, fuck Border. Hahaha. Tschüss. Slurp liegt auch da? Wir sehen uns. Ganz unten, ganz unten. Im Keller. Aber du kannst ja Slurp trinken, dann kriegst du keinen Damage. Yes. René, dankeschön. Und Fußballfuchs, dankeschön für die 2 Euro in real life. Leute, wenn wir 3000 Likes knacken, dann mach ich einen Fortnite-Dance in real life, okay? Das wird cool. Das wird lit, Leute. Das wird cool. Das wird lit, Leute. Ich hab abonniert und locker, hätte ich auch angemacht. Danke dir, Hanke. Norden und oben. Ja. Ähm. Vielleicht wollen wir pushen. Norden können wir ein bisschen von der Seite. Hat zwei Hits. Hat 60 Damage bekommen. Ah, das ist noch jemand. Ja, ja. Boah. Boah. Nochmal 50. Boah. Nochmal 70 Schaden. Der ist richtig laut. Alter, vorne sitzt noch jemand am Haus. Am Haus hat drei Hits. Wir können die hart pushen. Von oben vom Berg schließt auch noch jemand. Ja. Sei vorsichtig. Ich grüße dich. Nochmal ein Hit. Hm. Kannst du mich grüßen? Daniel, ich grüße dich. Und an René, danke für deine Donation. Oh mein Gott. Die von oben schießen auch auf mich. Oh mein Gott. Die von oben sind größte Pisser, Alter. Ich hab so viel Damage bekommen. Habst du? Ich hab den einen genockt. Nice one. Hier close? Ja, den, den. Ich push den schnell. Okay. Oh mein. Mit dieser scheiß Scoped Rifle. Hab ihn. Schießt der die ganze Zeit von oben. Pass auf. Der von oben schießt mit der Scoped Rifle. Hast du ne, hast du ne Bolt? Nee. Die hat Gewehr. Wechsel. Jetzt hab ich den Bolt. Gib mir irgendwas, ich will den in den Kopf schießen, Mann. Hier, warte, ich geb dir die Bolt. Hab auch schon nachgeladen. Nice. Ach komm, lass meinen Shit in Ruhe. Oh, die ist gar nicht nachgeladen. Hä? Wurde die abgebrochen? Oh, du Lacke, Alter. Hier sind zwei große Schilder. Schau mal hier. Und schau mir mir die Kipp noch rein. Erstmal erst aufs Dach gehen. Wer? Ich hab auch ne Kiste. Er ist noch drin, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob er mich sehen kann. Oh, fuck! Ah, ich hab kein Launchpad. Geil. Wer ist nach hinten weggerannt? Da oben? Ich hab ihn einmal geertet. Ich hab ihn nicht mehr quer. Er ist low. Der wird jetzt durch die Borde vielleicht gleich sogar sterben. Er läuft! Ab zweit. Ab zweit. Er ist richtig low. Hey Sox. Ich bist mein Lieblings-Youtuber und Fix auch. Have fun. Äh, noch bei deinem Stream bist du korrekt. An Fix nochmal HGW zu den 200k. Klar, danke euch. Hab ihn. Danke dir. Und... Sorry, dass ich... Rocket latsche. Ich lese gleich nochmal den Namen in Ruhe vor. Ähm... Bist du wie weit? Okay, geht. Komm, ich bin auf jeden Fall schon draußen. Ja, cool. Hast du Healing? Ja. Ich hab extra nochmal gerade 15 Bandagen mitgenommen. Sehr nice. Haben wir denn kein Fall? Nee, ne? Oder? Hast du denn kein Fall? Nee, ich hab gar nichts. Okay. Und Gianni, nochmal danke für deine 2 Euro. Und ja, auf jeden Fall HGW entfix für die 200k. Das ist... Dankeschön. Mega krass. Vor allem wie viele Leute hier die Streams und Videos schauen. Es ist einfach echt unnormal. Es freut mich wirklich sehr. Danke, dass ihr da seid. Und danke auch für die ganzen Likes, Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele Likes der Stream hat, aber wahrscheinlich schon wieder über 1500 oder so. Schratz mal rein, wie viele Likes der Stream hat. Das ist mega krank, man. Riesengroßes Dankeschön. Fight im Nordosten. Wenn wir da jemanden treffen. Easy. Treffen wir da jemanden. Den jemandem im Jagdgewehr ist. Okay, egal. Ich spare lieber meine Schüsse. 800 Likes schon. Mega krass, Leute. Vielen, vielen Dank. Der wurde abgeschlossen von Nordosten oben. Hinter dem Berg. Es kann sein, dass die da gleich runter rennen und sich den Loot holen. Okay, lass lieber clever spielen. Ja. Jaja, die holen den Loot. Okay. Ich versuche ihn zu snipen trotzdem. Sobald er still steht. Okay. Ah, fuck. Hat ein Hits. Zwei Hits. Mit der Rifle. Wir pushen rechts rum. Ja, über den Berg. Schaut so ein bisschen aus, als ob er alleine ist. Vielen, vielen Dank für die ganzen Likes in dir. Ich bin zwei Meter hinter dir. Ich glaube, er hat auf irgendwas geschossen. Oh mein Gott. Er ist in diesem Fjord. Oh, ich habe wieder gegen den Baum geschossen. Ich hasse diese Bäume. Die Hitbox. Oh mein Gott. Er gibt mir den Hit. Alter. Es ist manchmal so hart verzögert. Ich stehe nicht mal mehr dran. An der Stelle, wo er mich hittet. Angeblich. Komm. Nice one. Wo ist dein Mate? Boah, der hat einen Chuck. Und eine goldene Bolt für dich. Und eine goldene Scar für dich. Da ist er. Hit out. Wo ist der Chuck? Ja. Nice one. Wo ist der Chuck? Hier. Aber ich baue ihn leider. Oh fuck. Nimm ich. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Die Scar. Hast du die Scar genommen? Nein. Ich habe die Scar genommen. Ja. Okay. Gut. Wir können hier outrunnen. Fuck. Du bist richtig low. Ich glaube ich sterbe. Ich sterbe. Ich muss Bandage nehmen. Hast du keine Bandages? Doch habe ich. Aber ich sterbe. Wir können hier in Campfire. Jaja. Stell auf. Stell auf. Wenn du kannst. Stell unbedingt in Campfire auf. Du bist auch überlebt. Hier. Danke. Ich renne. Jaja. Renne ruhig. Du kannst doch den Chuck trinken. Theoretisch. Ja. Ich weiß nicht ob ich es schaffe. Aber wir können outrunnen auf jeden Fall. Fuck. Fuck. Okay. Wir können auf jeden Fall outrunnen. Aber ich weiß nicht ob du es schaffst. Wahrscheinlich nicht. Wie viele Bandages hast du noch? Neun. Ich muss reinkommen sonst. Ich überlebe es nicht wenn ich. Halt dich. 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 Ja ja. Von mir aus kannst du ihn auch haben. Ne ne. Alles gut. 81 Rockets. Holy crap man. Warte hab ich noch mehr. Ne. 7 hab ich noch. Gibt es noch mehr Materials? Äh. Ich hab 300. Ein bisschen würde ich. Danke dir. Gib dir die zwei Sachen. Passt oder? Ja ja passt. Mega. Danke dir. Liebens der Nick. Danke für die 3 Euro Donation. Hey Fix wie geht es dir? Ich liebe deine Videos und Streams. Mach weiter so. Dankeschön für deinen Support. Liebe Grüße gehen raus. Und ähm. Freut mich dass dir meine Streams so gut gefallen. Und mir geht es ganz gut. Siehst du die laufende? Und ähm. Ja. Snapen. Sorry. Ich hab versucht. Alles gut. Die Gelegenheit wahrzunehmen. Leute herzlich willkommen im Stream. Freut mich wie ganz ihr alle da seid. Wenn es euch gefällt lasst natürlich sehr sehr gerne ein Like da. Lass ihn fallen. Er fällt gleich runter. Er fällt. Ich hab keine. Ich hab keine. Äh. Rife Schuss. Gar keine. Okay. Danke dir. In zwei auf jeden Fall. Dann mal ein bisschen Rocket Launcher. Ich hab so viel. Da ist er. What the fuck. Ein Hit. Sein Mate. Ähm. Snipe von Osten. Pass auf. 70 Hit. Wow. Hab ihn knocked. Hab ihn gefinished. Oh mein Gott. Hab ihn. Böse Frau. Holy crap. Du hast ihn runter geschossen. Das war echt. Und er ist direkt auf meine Rocket gefallen. Äh. Hier ist ein First Aid. Ich hab noch ein Lagerfeuer. Wollen wir Lagerfeuer nehmen? Lass Lagerfeuer nehmen. Ich nimm First Aid mit. Okay. Nimm noch das andere Feuer. Ich komm her rüber und nimm noch schnell das First. Stell einfach. Warte. Warte. Lass uns in die Border laufen. Wir sind in der Border. Ah. Stimmt. Okay. Hier. Stell hier. Warte. Ich nehm kurz die Dänse. So. Äh. Danke. Ich hab noch ein Mini für dich hier. Oh nice. Danke. Holy crap. Ähm. Und danke nochmal an Fußballfuchs Ader. Ader. Danke für den Euro. Oh. Und an René für den Euro. Danke dir. Äh. Venezoris. Dankeschön für die 2x2 Euro. Hey Fix. Kennst du mich noch? Ja man. Du bist mega aktiv alter. Fettes fettes Dankeschön für deine Donations. Und er hat gefragt ob ich die Spende eben bekommen hab. Ja. Ich hab sie auch bekommen. Nur werden die leider nicht angezeigt. Die Superchir Donations. Und EmporePlays hat geschrieben. Hallo Fix. Bist der beste YouTuber. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Grüße gehen raus auf jeden Fall. Und ähm. Dankeschön für deinen Support. Tut mir leid, dass ich DG nicht sofort vorgelesen hab Leute. Aber wir haben ein Problem zur Zeit mit unseren Benachrichtigungen. Ja das liegt nicht an uns. Sondern an den. An der Seite über die das gemacht wird. An der Internetseite ja. Lass mal zum roten Haus gehen. Ready? Die Falten ja. Let's go. Ja. Ein Team oben. Und ein Solo rechts von uns. Also sollte eigentlich kein Ding sein. Okay Leute. Herzlich willkommen. Mega cool dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen im Stream. Soll ich abonnieren. Äh. Wenn es dir gefällt. Sehr gerne. Die wissen gar nicht, dass wir da sind glaube ich. Oh doch. Warte da ist eine. Ja. Wenn ich die treffe. Oh. Sein Kopf war so minimal. Die oben piken voll dumm. Deswegen. Die hätten wir snipen können. Die ist kaputt. Ich snipe ihn. Pass auf. Links. Mach denen ihre Base kaputt. Boah der piekt so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab einen knocked. Was ein. Der liegt da drin irgendwo. Den Rockets rein spammen. Dein Maid fällt wahrscheinlich gleich runter. Der arme. Ja ich hab 70 Rockets alter. Oh man das war. Leute. Perfektes Beispiel gerade. Dafür. Dafür dass man. So langsam. Rüber switcht. Hast du vielleicht ein paar Rockets. Hier noch elf. Ja ja. Hier. Bauen. 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 Ich glaub er ist im Sturm gestorben. Ja. Amo. Ähm. Der letzte ist classrooms. Wir sind sicher im blauen Haus hier. Skybase? Oder wir bomben ihn einfach weg. Oder wir machen skybase für die Zuschauer. Können wir auch gerne machen. Das ist alles. Chris hat immer Angst. Wo hast du das. Haben du den echt Köpeln. Lass ihn lieber No Score. Ja. Okay, komm, wir machen Rocketslam. Der Arme. Sein ist dann schon lange nicht mehr da drüben. Also, auf der Stelle wäre ich auch weggerannt. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Bin mir nicht sicher. Machen wir mal eine Verbindung zum Boden hier. Dass er uns nicht so schnell runterschießen kann. Lass mal Skybase bauen, komm. Wir machen die letzte kleine Zone der Welt, okay? Für die Leute, die hier zuschauen, Leute. Für euch, kein Problem hier. Bisschen was bauen. Jetzt müssen wir warten. Ich habe ein bisschen Verbindungen gemacht. Oder No Scope. Ja, er ist drin. Nein, du bleibst schön da unten, wo du herkommst, Kollege. Wo ist er hin? Ist er im Baum? Ah, ich sehe ihn. Nein, ich sehe ihn nicht. Nein, er hat mich abgeschossen. Spring. Spring wenigstens. Wuhu. Doch. Oh nein. Ich habe noch eine. Ah. GG. Du fängst nicht mehr so weit weg. Wie viel Kills hast du? Nur drei. Nur drei. Gut. Zehn. GG. Leute, lasst alle meinen GG da. Und danke für die ganzen Abos, die hier reinkommen. Leute. Vielen, vielen Dank. Zwei Games, zwei Wins. Leute. Zwei Games, zwei Wins. Das ist Hashtag zwei in die Kommentare. Falls ihr noch kein Like da gelassen habt, unbedingt ein Like da lassen. Ich würde mich mega darüber freuen, Leute. Und wer noch nicht Teil des Team Fix ist, lasst unbedingt ein Abo da, Leute. Sonst verpasst ihr den besten 24 Stunden Stream eures Lebens. Nämlich Samstag. Leute, Samstag, 12 Uhr. 12 Uhr, 24 Stunden Stream. Zusammen mit Snogs. Oh shit. Und Leute, falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst natürlich sehr, sehr gerne ein Abo da. Heute bei mir Road to 85.000. Würde mich mega freuen. Ich stelle zwei in die Kommentare, Leute. Zweiter Win. Zwei Wins sind voll. Und jetzt den dritten, ne? Zweites Game, zweites Win. Danke, Moritz. Freut mich sehr. Abo ist natürlich da seit langem. Danke, DB, ne? Zehn Kills, Fix hatte nur drei. Ja. Ja. Ich muss den halt immer carryen. Okay, okay. Thanks for carry, man. Kannst du mich grüßen, Liam? Ich grüße dich. Ja. Und vor allen Dingen, also entweder spiele ich halt mit Fix zusammen oder ich muss für Fix, gib mir Fix immer seinen Account. Dann spiele ich ihm immer ein paar Wins, ne? Ja, genau. Der hat noch keinen eigenen Win selber gemacht. Wahrscheinlich. Leute, schaut alle nicht beißen aus vorbei. Danke, Moritz, für dein Abo. Spaß. Schaut alle beißen aus vorbei, Leute. Kannst du mich grüßen? Hanke, ich grüße dich. Row 2000 Likes, Leute. Falls ihr noch kein Like da gelassen habt, würde mich mega drüber freuen. Und Noahs Stoppe, danke für dein Abo. Und Marcel. Liebe Grüße. Kannst du mich grüßen? Fortnite TV. Ich grüße mich raus, bin ich jetzt im MTV. Was, bin ich im Fernsehen? Ich bin im TV. Bin ich im Fernsehen drin? Dings, wir müssen reden. Oh nein, bitte nicht. Hast du wieder ein Elterngespräch? Was hast du getan? Mama. Ich kann doch nichts dafür, dass ich einfach da hingehe und einfach einen Shotgun nehme und ihm im Kopf schieße. Das kommt von alleine. Ich kann da nichts dafür. Das ist schon ein Reflex. Ja, das ist auch in real life ein Reflex, Leute. Schau, hier ist Shotgun. Oh mein Gott, wo ist dein Kopf? Nein, Spaß, Leute. Bin ultrativ rausgekommen gerade. Geh weg von meinem großen Schuss. Nee. Kleine Marde, ey. Such dir ein eigenes Haus. Ja? Okay, tschüss. Ja, tschüss. Geh weg. Geh weg von mir. Brauch dich nicht. Was hast du bekommen? Scar? Raketenwerfer? Nee, nee, nee. Was hast du bekommen? Chok, chok. Oh, nice. Oh, und Venzoris hat 2 Euro donatet. Ich habe geschrieben, bin auch aktiv. Geh nochmal den Fix. Grüße gehen raus, ein Fix von Venzoris. Ah, ja, ja, ja. Der hat bei mir auch donatet. Liebe Grüße, Mann. Liebe Grüße, mein Freund. Dankeschön für deinen Support. Ja, hat man, wer auch einen Chak-Chak gefunden hat. Oh, Gegner. Richtung Süden. Hinter diesem Haus ist raus, rechts. Wo diese Rohre ist. Ich habe auch keine Rifle oder sonst was. Ich habe nur ein Piece. Hier ist eine Shotgun. Hier ist eine Shotgun. Draußen in diesem Container. Okay, jetzt habe ich eine Burst. Das wird reichen. Okay, let's go. Der ist hier hinten irgendwo hin. Der ist nach hinten gerannt, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass er in dieses Schornsteinhaus ist. Das gebaut. Ich kann mir vorstellen, dass er da drüben rein ist oder er ist weggerannt. Oder er sitzt hinter diesem Holzding. Aber ich glaube nicht. Hm. Da hinten liegt eine Shotgun im... Ja, passt. Ich spiele auch mit MP. Schau mal hier, Mini. Danke. Da ist ein großer Schilddrang. Ich glaube, er ist weggerannt. Grüß dich, der Niklas. Hey, herzlich willkommen. Und Tim. Grüß dich, ich bin raus. Und, oh, Elia ist es wieder da. Er hat geschrieben, 2,29 Euro sogar donated. Er hat geschrieben, kennst du mich noch? Klar, kenne ich dich noch. Hat mir Besuden. Die habe ich auch noch nie gesehen, ey. Und Emperplace hat einfach 5,49 Euro donated. Da geschrieben, hey, letzte iTunes-Karte. Ey, mega nice. Riesiges Dank an dich. Nein, ist auch ein Ehre, Mann. Mega nice. Leute, kleine Info an alle, die gerne wissen, was jeden Tag im Shop aktuell ist. Der gute alte Snogs macht ein Format auf seinem Channel. Und zwar wird er jeden früh um 6 Uhr das Video hoch zum neuen Shop. Also, falls ihr da noch nicht abonniert habt, es lohnt sich wirklich, Chris zu abonnieren. Dann haut jeden Morgen ein Video für euch raus, wo ihr den Shop vorstellt. Und so ein bisschen seine Meinung dazu sagt. Also, das ist auf jeden Fall interessant. Ich check das auch immer direkt nach dem Aufstehen ab. Ich habe dein Kommentarfunk gesehen. Nice. Hat auch ein Herz. Ich schaue da auf jeden Fall auch immer vorbei. Und schaue, was los ist. Vielen, vielen Dank. Ich habe gerade mega Hunger. Brauchst du jetzt noch eine Pump? Hab schon, danke. Oh, ein Nate-Launcher. Sehr geil. Oh, nice one. Kannst du dich bitte grüßen? Das ist auch schon gut. Renex, grüße dich. Kennst du das, wenn du in Häusern immer irgendwo gegenläufst und du einfach in den Chat schaust? Ja. Ich laufe manchmal irgendwo gegen und merke das dann erst viel zu spät, weil ich halt gerade in den Chat schaue, was ihr schreibt, Leute. Es tiltet schon weg, Leute. Ich glaube nicht, dass Tiltet weggeht. Oder wenn, vielleicht zu neuen Season, aber nicht einfach so. Wenn dann zu neuen Season, Leute. Boah, ich muss mir eine Banane holen, Alter. Ich habe mega Hunger gerade. Ich habe auch Hunger. Ich wollte mir was einkaufen. Leute, die Geschichte muss ich kurz erzählen. Ich war gerade... Ich hole mir schnell eine Banane. Okay. Leute, ich war gerade einkaufen, wollte kurz zur Edeka gehen. Ich musste noch ein Paket abholen. Nur um dann festzustellen, dass nachdem ich den Wagen schon voll hatte, ich hätte mir alles möglich geholt. Von Bananen bis, keine Ahnung, Milch, Margarine, alles hat eingekauft. Ähm, ich stand nicht an der Kasse und wurde heute keine Kartenzahlung akzeptiert. Und ihr müsst wissen, bei mir in der Gegend haben irgendwie alle Banken zugemacht, weswegen ich halt kein Bargeld holen konnte. Und normalerweise hol ich das dann halt einfach dort. Ja, und dann durfte ich alles wieder zurückbringen. Ja, tut mir leid, dass ich essen muss, ey. Sorry. Sorry, dass ich Nahrung zubinden muss. Und dann muss ich halt alles wieder zurückbringen. Und alle Leute, so fast keine Kartenzahlung. Ja, und dann alle Leute, die halt kein Bargeld dabei hatten, mussten halt ihre Sachen wieder zurückbringen. Dann bin ich weiter zur Post. Dann wollte ich mein Paket abholen. Nur um festzustellen, dass das Paket, was ich eigentlich abholen wollte, nicht in der Fiale hier bei mir direkt um die Ecke in der Postfiale ist. Sondern in der Postfiale am anderen Ende der Stadt, wo ich dann quasi jetzt erstmal eine halbe, dreifel Stunde hinfahren darf. Ist schon blutet. Ja, ich weiß. So nervig. Also heute ist echt nicht mein Tag gewesen. Jetzt habe ich Hunger. Boah, Bananen sind geil, Leute. Ohne Spaß. Essen und Bananen. Das einzige Gute, was Bananen halt so mit sich bringt. Oh, das ist ein Gegner. Bananen. Ich bin so zerstört, ey. Da wächst kein Gras mehr. Ist er tot? Ja. Aber naja, also genockt. Ja, ja. Aber da wächst kein Gras mehr. Wenn du gesehen hast, wirst du... Das sind, das sind wir. Aus der Stadt. Okay, der ist auch low. Und Redi, danke nochmal für deine 2 Euro. Und dann noch Empor Place. Hat ein Häsig. Danke. Der ist richtig low, Mann. Also, oh ja, da ist er. Er will sterben. Danke. Und Propaller ist wieder da. Hey, herzlich willkommen. Wir müssen uns beeilen, wegen Border. Yes. Chris ist so noch voll in diesem Stream-Modus immer. Weil du Chris ist immer so, er liest nur Chat. Außer beim Fight. Ja. Und dann liest er wieder Chat. Richtig. Kannst du mich grüßen? Mehr Blume, ich grüße dich. Ist wirklich so. Aber ich glaube, ich bin besser im Streamen, als in Videos machen. Ich merke das, dass ich halt Videos machen noch nicht so die Erfahrung habe. Du bist noch aufgeregt, oder? Na, was heißt, na. Ja, genau. Es ist halt noch so. Es ist halt noch eine Sache, die ich noch nicht so oft gemacht habe. Ich meine, du hast wie viel? 1500 Videos auf deinem Kanal. Du hast halt mega die Routine darin. Aber ich habe jetzt vielleicht so 50 Videos gemacht. Das ist halt echt. Normalerweise, das ist auch der Grund, warum ich nie mit YouTube angefangen hatte am Anfang. Weil ich hatte halt schon relativ viele Abos und ich wusste, dass viele Leute das sehen werden. Dadurch, dass ich halt bei Gauma halt Admin bin. Ähm, sind es dann halt viele. Und eigentlich jeder YouTuber hat eigentlich angefangen, indem er... Wie läufst du? Du ist gerade, oder? Ich seh gerade so, das sah sehr nach Autorun aus. Ähm, und eigentlich alle YouTuber haben halt klein angefangen und haben dann erstmal hunderte Videos gemacht, in denen sie sich geübt haben und so, bis hier halt, bis hier jemand überhaupt geschaut hat. Eigentlich haben alle immer so ein Ries gemacht. Ja, genau, genau, das bin ich halt eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich immer so... Keine Ahnung. Nice. Und Lena, danke nochmal für die 229 und Cedric für den einen Schweizer Franken. Danke dir. Danke an Lena und Cedric. Richtig geil. Und lass alle mal ein Herz für die ganzen Planeten da. Oh, sorry. Hast du ihn geschossen? Ich habe fast keine Mads, Mann. Ich habe fast keine Paletten abgebaut im Palettenparadies. Alter, ich kann dir welche geben, wenn du magst. Ein paar Bäume, das war nicht. Als ob du zwei killst. Du hast ihn gekillt, ne? Ich habe beide gekillt, genau. So ein Abstauber, Junge. Hä, ich habe auch den meisten damage. Ich habe... Der hatte 200 TAB und ich habe... Vom 200 TAB habe ich bestimmt so 150 damage gemacht und du sagst so, Abstauber. Ich habe 45 Schaden gemacht. Siehst du? Ich glaube, ich habe sieben Hits wieder so auf den getroffen. So ein Abstauber, Junge. So, ey. Warum lasse ich den... Ich mache wieder nächstes Mal, wenn ich du wäre spielen, dann sage ich wieder, dass du mir alle Kills lassen musst. Könnte diese Freunde, die immer nichts können, außer Abstauben? Fix ist so einer. Genauso. Du machst alles, ne? Jonas, du bist genau das. Ich habe den hier gesehen, ich habe ihn gespottet. Ich habe gesagt, guck mal, da unten ist der. Ja, würde ich jetzt auch sagen, wenn ich bin. Und der Tigerkiller, 1,70, hat 1 Euro donatet geschrieben, äh, du bist gut in Fortnite. Alter, was kommt gerade für die Donations rein? Was kommt gerade für die Donations rein? Er hat gerade Lena, 11 Euro hat Lena einfach donatet. Lena Helwig, danke für die 11 Euro. Und der Reaper hat einfach 21,99 Euro. Leute, was geht bei euch ab, bitte? Oh, ein Stockscreen. Alter, was ist das mit dem Building? Schau mal, 60. 60, 60, 60, 60. Alter, what the fuck? Für die zwei Schweizer Franken kann man mal mit dir spielen. Jo, in Community unten. Und, ähm, boah, Place haut 5,50 Euro raus. Oh, der war auch gerade bei mir. Hi, letzte iTunes-Karte. Jo, danke schön. Anscheinend hattest du zwei letzte iTunes-Karten. Hier ist ein großer Schild dran drinnen. Gönn dir mal. Gönn ich mir. Unten. Äh, warte, ich lese auf. Und, danke schön an Flunkabunker für die 3 Euro. Hey, Fix. Oh, die kommt, die kommt, die kommt. Video und Stream, ja, ich seh sie. Richtig aus. Ja, er gibt mir den Hit, Alter. Und danke nochmal an, an Reboy. Ey, riesiges Danke an dich für deine Donation. Und auch an Lena. Einer ist los. Sehr krass. Er hat geschrieben, bin jetzt bestätig, äh, passt schon von 100. Ey, richtig krass. Ich lese gleich nochmal genauer vor. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Ich brauche einfach, mir egal. Er ist los. Er ist los. Ich hau mir kurz einen Chuck rein. Okay. Okay. Pass auf, ne? Spiel safe. What the fuck? Oh, nein. Von wo? Weiß nicht. Okay. Ich baue mich auch kurz ein. Äh, ich hab ihn halt mega low gemacht. Naja, keine Ahnung. 10 AP oder so. Und Anja hat nochmal 10 Schweizer Franken donated. Ehrenmann, danke dir. Dann schreiben wir alle Hashtag Ehrenmann rein. Oh, oh. Er ist so low. Weil du, das wäre so geil, wenn du nebenbei auf dem zweiten Monitor mal ins Stream sehen könntest, dann hast du gesehen, dass der so richtig cool war. Ja, sehr gut. Sehr gut gemacht. Hier ist noch Wegner. Oh, Border kommt. Hier ist noch einer. Ja. Okay. Irgendwo. Ich höre auf jeden Fall Steps. Ja, ich laufe vielleicht. Oh. Hab ihn. Okay, nice. Loot schnell. Die Border kommt. Ich laufe schon mal. Loot, so schnell du kannst. Und, äh, ja nochmal danke an Lena Helwig für 11 Euro. Wee Boy hat 22 Euro Donater geschrieben. Und bin jetzt Bettenpass Stufe 100. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr geil. Dann hast du jetzt auch den Reaper Skin. Leute, mein schönen Kampf, Alter. Und Andi nochmal richtig riesig, danke. Hashtag Ehrenmann. Oh, da sind welche? Wo ist mein GG, Leute? Ehrenmann. Ohne Haar. Oh man, Leute. Hashtag Ehrenmann. Bist du ready? Wo sind die? Die sind hier direkt vor uns. Ich bin so 20 Meter. Okay, ich warte, ich warte, ich warte. Hast du noch Nades? Äh, Rockets? Ja, fünf. Äh, acht. Sorry. Okay, bereit? Die sind hier vorne drin. Ich hab keine Materials, nein? Egal. Hier, warte, Hälfte. Kannst du mir Mats geben? Hier, go. Ich bleib einfach weiter. Einer rennt weg. Einer pusht hoch. Oh, fuck. Glücklich reißen, das ist Klaus bei mir. Ja, der ist irgendwo bei mir. Nee, der ist bei mir. Echt? Ja. Oh, fuck. Nice building. Nein, nein, nein. Ich hab nicht nachgelangen gehabt. Die fucking Wand war schon geplaced, Alter. Nein, als ob wir das verloren haben. Als ob wir das verloren haben. Ich hab einfach nur nicht nachgeladen. Oh, hätten wir nachgeladen gehabt, dann hätte ich den so... Das ist fucked up, Alter. Schade, Leute, schade. Das war close. Wann? Schon der Prenn jetzt. Ein paar Plays. Danke für die 2,30 Uhr. Mann, danke für deinen Support. Und nochmal, Lena, nochmal 11 Uhr. Nee, eine altes Karte kostet 15. Ah, okay. Fettes. Dankeschön, Mann. Danke für deinen Support, Mann. Richtig, krass. Leute, habt ihr das gesehen? Ich setze die Wand. Er schießt durch die Wand mich ab. Ja, das ist mega nervig, ey. Ja, richtig. The Real Dark Lord, danke für den Einschweiter, Franken. Liebe Grüße. Ich muss mein Handy anschließen. Lena, nochmal danke für die 11 Euro. Und Jonathan hat auch nochmal 2 Euro. Da hätte er geschrieben. Wann schläfst du, danke, dass du jeden Morgen den Shop vorstellst? Ehre, Mann. Ach ja, nachdem ich den Shop vorgestellt habe und hochgeladen habe. Leute, seid gegrüßt. Ey, mega krass, wie viele Leute wieder da sind. Herzlich willkommen. Und noch 40 Abos, Leute, zu den 85.000. 40 Abos, falls von den gerade fast 900 Zuschauern noch 40 Leute nicht abonniert haben und ihr sagt, hey, den Content würde ich gerne nicht mehr verpassen, dann lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Bei mir immer am Nachmittag streamen, abends Late-Night streamen, ab 23 Uhr. Morgens immer ein neues Video zum Shop und ab und zu auch immer nachmittags noch ein Video, so gegen 18 Uhr. Also bis zu vier Videos am Tag, Leute, wenn ihr Bock habt. Ja, das gerne ein Abo da, noch 30 Abos. Herzlich willkommen, der neue Hashtag-Glocke-Aktiv. Danke dir, Emre. Grüße ihn raus. Lasst unbedingt ein Like da, Leute, falls ihr den streamen supporten wollt. Ich würde uns sehr darüber freuen, Leute. Oh, Taxifahrer-Luis. Danke für die 5 Euro, Mann. Danke für den Support. Hey, wolltet ihr schon immer mal was spenden? Das ist das letzte Geld von mir. Ich hoffe, du freust dich. Taxifahrer-Luis, liebe Grüße geht raus, Mann. Danke für deinen Support. Danke für die 5 Euro. Riesen-großes Dankeschön, Mann. Natürlich freu ich mich. Und falls ihr noch kein Like da gelassen habt, Leute, supportet den Stream mit einem Daumen nach oben. Richtig, Leute. Für die Likes habe ich nicht können. Das Stream kommt am Samstag. Oh, das wird so geil, Leute. Am Samstag, 12 Uhr, 21. April, in 5 Tagen, merkt es euch, Leute, 24 Stunden Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle am Tag, Leute. Schreibt mal Hashtag 24 Stunden, also 24h, wenn ihr am 24 Stunden Stream am Samstag dabei seid. Das wird sick. Kannst mich grüßen, Arvin, ich grüße dich. Hashtag Locke aktiv. Danke, Kaki. Das ist wirklich so. Und riesigst Danke an euch alle. Kreox, auch Dank für den Euro. Hi, ich dachte, ich spende dir auch mal was. Grüß dich. Schau dich auch schon sehr lange hin. Nice, Mann. Fettes Dankeschön, dass du immer noch dabei bist. Blut sich der neue Skin? I don't know. Musst du selber für dich entscheiden, wenn er dir gefällt. Dann lohnt das sich. Manchen gefällt er nicht. Ich finde ihn relativ cool. Vor allem den Backpack finde ich nice, Leute. Ich zeige euch gleich mal meine zurzeitige Lieblingskombination von Skin und Backpack. Zwar ist es nicht der Fisch-Skin, aber der Fisch-Backpack mit einem anderen Skin. Und das ist richtig nice, Leute. Das ist richtig nice. Das zeige ich euch nach der Hunde hier. Oh Mann, schade, dass wir da gestorben sind. Noch drei Abos nur noch. Oh mein Gott, Leute. Zwei Abos. Vielen, vielen Dank für die ganzen Abos, die wieder reinkommen. Für die 85.000. Ein Abo noch für die 85.000. Wenn du noch kein Abo da gelassen hast, würde mich freuen. Ich habe bei Snogs vorbei. Oh, warte, ich nehme mal. Ich finde, der Revolver ist richtig gut geworden, ne? Ja, man, der Revolver ist nice. Aber habe ich schon die ganze Zeit gesagt. Zeit im Update. Ja. Macht richtig Spaß. Leute, danke für die 85.000. Schreiben alle Hashtag 85k in den Chat. Mega nice. Ein riesiges Dank an euch. Von dem Revolver kannst du halt einfach wie eine Diebel spielen. Ja, genau. Relativ close range. Lass dir die Leute gut weg. Ich habe, das hast du leider, glaube ich, gestern im Stream nicht gesehen, ich habe so viele Kills gemacht mit der, ich, ich habe es aufgenommen, ich muss es raussuchen. Ich habe so viele Kills gemacht. Mal ein paar rein, das stimmt nicht. Da habe ich es gemacht, das war richtig krass. Die, auf, auf, nah, ich habe einfach drei, vier, fünf Hits und denk mal, jeden Hit getroffen. Mein Revolver? Ja, jeden Hit getroffen. Das ist voll geil. Das macht so Spaß. Du machst eine Zahl und hast instant diese 100% Chance. Das ist mega geil. Alle Hashtag 85k in den Chat. Mega nice, danke Leute. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Zu 85.000. Alter, das geht so schnell. Leute, lasst gerne mal alle ein Herz da im Chat. Ich glaube, du knackst im 24-Stunden-Stream die 100k. Meinst du? Doch, ich glaube schon. Auf jeden Fall. Wird sehr schwer. Ich kann mir gefordert werden. Ich meine, bis dahin schaffe ich vielleicht noch so die 90.000, wenn es, wenn es richtig krass wäre, naja, nicht mal. Wird schwer, die 90.000, dann müsste ich 10.000 Abos im Stream machen. Schaffst du trotzdem, Leute. Team Fix schafft das, oder? Falls die Snogs noch nicht abonniert haben, lasst du ein Abo bei Snogs da. Guck mal, ich renne hinter dir her, um dir was zu bringen und du rennst einfach komplett von mir weg. Ich bin da einmal komplett hochgebaut auf dem Dach und dann bist du hochtergesprungen. Hier, warte, ich werde dich in den Trank gegeben. Das habe ich gesagt. Fixed Stream ist richtig verzögert. Ja, Leute, der YouTube-Stream geht so 20-30 Sekunden zurück. 20-30 Stunden. 20-30 Stunden, ja. Damit ihr einfach eine bessere Qualität habt, Leute. Ich könnte natürlich auch so eine hässlige Qualität wie bei Snogs haben. Okay. Der Unterschied ist echt nicht so krass. Also ich habe letztens den Stream von Nick gesehen. Hast du den 24-Stunden-Stream von Nick mal reingeschaut? Ja. Der hat sofort gestreamt. Das ist unmittelbar. Das ist wirklich eine Sekunde, nicht mal. Ich war ja im Stream, habe mich gleichzeitig reden gehört und das ist einfach, du schnippst quasi und eine halbe Sekunde später kommt es im Stream. Richtig geil. Aber die Quali war natürlich jetzt ein bisschen, man hat gesehen, dass sie ein bisschen schlechter war, aber es sah aber noch richtig gut aus. Was hat der Fintenet? Das ist halt die andere Frage. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied merkt oder so. I don't know. Fixed Platz 1 in den Live-Trends? Wirklich? Ich glaube nicht. Wer verdient? Lass alle einen Like bei Fix da. Würde mich freuen. Ich glaube nicht. Road Platz 1. Hast du Rockets? Nein, keine einzige. Ich habe einen Nade-Launcher, weil ich kann, glaube ich, da ein bisschen mehr mit anfangen als du. Hat mir ja vorhin gesehen. Und danke nochmal an Lena für die 2,29 Euro geschrieben. Hab dich jetzt abonniert. Bis mega sympathisch. Danke dir. Danke für deine 2,29 Euro. Und Elias hat nochmal 2,29 Euro geschrieben. Gratulation zu den 85.000. Ey, riesiges Danke. 85k richtig crazy. 85.000. Ja, mein Ziel ist auf jeden Fall 100k zum 24-Stunden-Stream. Zum 24-Stunden-Stream? Ja klar. Wie du gerade gesagt hast. Das ist das Ziel. Innen drin. Ja klar, Leute. Im 24-Stunden-Stream. Also halt im 24-Stunden-Stream. Knacken wir die 100k bei dir. Ich glaube, ich nenne den auch so dann halt. Road to 100.000. Holy Crap, Alter. Das wäre krass. Wenn wir das packen, das wäre so geil. Ich glaube zwar nicht, dass es schaffbar ist, aber... Doch, ich glaube schon, dass es schaffbar ist. Dieser eine Boy da, der Katja Graselwitz-Song angehört hat. Ja. Er hat in seinen 24-Stunden-Stream 20.000 Abos gemacht. Ja, okay, Leute. Dann schaffen wir das. Leute, schaffen wir das? Wir schaffen das. Dann packen wir das auch bei dir. Platz 5 bin ich in den Live-Trans. Okay, nice, Leute. Lasst alle einen Daumen nach oben da, wenn euch der Stream gefällt. Ich würde mich sehr freuen. Und... Ah, okay, okay. Das erklärt einiges. ApoRed streamt gerade. Es freut mich, dass so viele hier trotzdem noch zuschauen. Aber ich merke wirklich, bei meinen Zuschauern, wenn ApoRed streamt, sind so 500.000 Zuschauer weg. Links auch jemand? 330? Die werden gepusht. Für den? 330, 330. Oder? 330. Okay, die Schüsse kampfen dort. Drei Hits. Er ist low, er ist low. Von links wirst du gepusht. Ja, ich hab schon gesehen. Zwei Hits. Okay, sie sind alle low. Aber einen nocked. Sehr gut, okay. Dann lass uns den letzten pushen. Der hat auch 4,45. Oh mein Gott. Insgesamt, glaube ich, von uns. Dann natet auch jemand. Oh ja, von... Nochmal halt, nochmal halt. Oh mein Gott. Nochmal halt. Nice. Und da oben kommen Leute? Ja. Ich hab nur eine Rocket. Ich kann den Chak-Chak stacken. Hier sind noch Nades. Was denn? Ich kann den Chak-Chak stacken. So mega die Ausrede, um Loot zu geiern einfach. Nein, ich meinte mitnehmen. Stacken. Das ist das Beste, was ich die letzten Tage gesagt habe. Ich kann den Chak-Chak stacken. Ich kann den Rocket Launcher stacken. Du kannst mir deine Nades geben, ich kann die stacken. Ich hab keine Nades mehr. Ich hab mein... Oh fuck, Border. Egal. Laufen. Ich kann den Chak. Aber Leute, da merke ich wirklich, wer das wahre Team-Fix ist. Ihr bleibt sogar da, wenn Apo Red streamt. Na, ich bin eh besser als er. Seid Spaß. Liebe Grüße. Liebe Grüße an Red. Der PS4 Pro. Elite TV, danke für die 550. Gönn dir, Brudi, mach kein Auge. Dankeschön. Ich mach schon Auge, aber... Dankeschön. Danke für deinen Support, Mann. Liebe Grüße gehen raus. Sind die schon in die Border reingerannt? Ja. Erzert. Sind da Gegner gewesen? Weiß ich. Zwei Rockets noch für dich. Danke. Oh, da ist er noch. Deine Rocket oder seine? Ja, meine. Oh, Double-Hedge hat sich der Arme, Alter. Vor allen Dingen, weißt du, er hat auf mich geschossen und ich hab instant... Er hat mir kein Damage gemacht. Ich hab instant eine Rakete auf ihn geschossen und sofort danach... Hier. Ja, okay. Mhm, cool. Er geburstet. Ich hasse dich. Es ist so asozial, wenn man das Wort nicht findet. Ja, aber wo ist sein Maid? Der hätte jetzt Angst bekommen. Ah, da hinten launcht jemand. Das Launchpad auf dem... Haus? Ja, ja, da oben. Siehst du Launchpad? Äh, Norden, auf dem roten Haus. Ah, ja. Ich glaube, ich weiß, wo. Ich glaube, dort, ja. Schwimmhaus. Schwimmhaus oben. Der ist oben, der ist oben weggeflogen, dann nach Nordwesten. Ja, ja. Mal lass es launchen, oder? Okay. Let it go. Let it go. Kannst du mich grüßen, Willi? Grüße dich. Ich arbeite ein bisschen noch als Erzieher in Jugendarbeit. Und natürlich arbeite ich hier. Das ist doch keine Arbeit. Du zockst doch nur. Das ist doch nur 10 Stunden am Tag oder so. Aber das ist doch keine Arbeit, Leute. Ich glaube, also, seitdem ich YouTube mache, habe ich richtig Respekt davor, was YouTuber machen. Ja, vor allem auch so Streamen und so. Leute, viele denken so, yo, du zockst ja einfach nur im Stream. Aber Streamen ist unglaublich anstrengend. Also, wenn du mehrere Stunden durchstreamst, Chat liest, aufmerksam bist, anstrengst. Ja, ja, bei der Tagstelle, ne? Toge, ich grüße dich. Wann ist 24 Uhr? Am, ähm, äh. Warte, warte. Am Sonntag. Ja, let's go. 2, 1, go. Ein, jetzt schon. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Oh, der sniped. Und EliteTV, danke für deine Donation. 3,49 Euro. Jetzt war ich bei Fix. Jetzt bin ich wieder bei dir. Danke dir. Nice, EliteTV. Dankeschön. Links ist da noch einer. Der rennt weg. Der rennt weg. Der, 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 der ist einfach sein Maid im Stift, Mann. Das ist so asozial. Vor der Fix, ey. Voll die Maid. Ride mich hoch. Ride mich hoch. Komm. Okay. Ist du ready? Ja. 3, 2. Ich will hier drauf. 3, 2, 1, go. Oh, der war gut. Hä? Ich tue dich durch. Ich muss mal an. Du hast einen Hit, oder? Oh, nehmen wir, nehmen wir. 2 Leute. Bin tot. Oh, nein. Wir finischen auch noch direkt. Wie unlucky war das in dem Moment, wo ich dich losgeraillt habe, stehen neben mir 2 Leute. Der einen habe ich noch gut gedamaged. Oh, Leute. Schreibt mal Hashtag RIP in den Chat, bitte. Das war richtig, bitte. Ja. Das war richtig Pech. Ohohoho. Komm, hol dir einen Win jetzt noch. Dafür, dass ich dumm gestorben bin. Richtig, glaube ich. Und dann hast du einen HESHT-GRIP in den Chat für Chris, Leute. Richtig unlucky, ey. Richtig unlucky. Richtig unlucky. Fuck, man. Die waren so schlecht. Wenn die nicht den First Hit bekommen hätten und nicht beide neben mir gestanden hätten mit Shotgun und SMG, dann hätte ich die auch definitiv bekommen. Tame on you. Und Savuschka, danke für den Euro. Hey Snogs, kannst du mich vielleicht noch wieder öfter am, was? Kannst du vielleicht wieder öfter am Nachmittag streamen? So spät abends geht bei mir nie, aber was ist denn Hashtag Road to 100k? Ja, ich werde jetzt auch die nächsten Tage wieder häufiger am Nachmittag streamen. Dankeschön. Hey Luca, willkommen im Stream. Erzähl, erzähl. Dankeschön an LightSky HD. Hier ist SideWiGun. Dankeschön für den Euro, Mann. Liebe Grüße gehen raus. Danke für deinen Support. Okay, jetzt Win holen, oder? Ja, bitte. Oh man, ey. Die waren so kacke, ey. Fuck. So schlimm. Hashtag RIP, Mann. Ohne Spaß. Alle 100 Millionen in den Chat. Ich hab 100 Millionen. Und kein Geld auf der Bank. Verdammt, ich bin immer noch blank. Ich hab 100 Millionen. Und gib ihnen ein Free Sixty. Quickscope. What? Trink, trink. Bleib stehen. Nice. Aber wie war das? Auf den dunklen Reißenden bitte kein... Nicola ist Christian raus. Oh nein! Einer ist RIP. Weiß nicht, von wo die anderen schießen. Von links oder von rechts, will ich sagen. Ja. Von links. Ja. Gesehen. Ah. Und von rechts. Ja. Geh lieber in die Border gleich. Ah, stimmt. Holt ihr lieber den High Ground. Aber die pushen halt böse. Aber die werden dich bekommen, wenn sie sich so krass pushen. Aber gib doch... Ja, Mann. Launch mit. Oh. Launch einfach weg, wenn du kannst. Ja. Ohohoho. Bitte, bitte, bitte. So gut. Mega nice. Die sollen gegen die anderen kämpfen, Alter. Bist du erst mal nach Hause geflogen, ne? Hier zu dem Schlafplatz. Ja. Ich geh erst mal pennen. Leute, da wohne ich. Ich hab nämlich kein Zuhause. Ich bin immer im Internet-Café. Hey, Wicke. Wundert euch nicht, wenn jemand hinten vorbeiläuft, wenn ich stream. Oh, fuck. Die sind ultra gut. Die zwei... Die zwei, die mich gepusht haben, die sind sehr gut, glaube ich. Beziehungsweise, die spielen das Spiel vielleicht nicht zum ersten Mal. Nicht so wie die zwei, gegen die du gestorben bist. Aber ich will ja nichts sagen, Chris. Es stimmt halt einfach. Ich hole kurz mit Schokorie. Das ist halt so die Wahrheit. Egal, Leute. Schreibt alle mal einen Cheat-Chi für Chris in den Chat. Er hat sich nicht schlecht angestellt mit zwei Kills. Was? Okay, fuck. Wir haben ein kleines Problem. Die zwei, die mich gepusht haben, haben gerade eben die anderen zwei gepusht, die da noch am Leben waren. Das heißt, ich würde gerne auf Close-Range kämpfen gegen die zwei. Die Sache ist halt die. Pisser haben auch ein... Oh, da launcht er. Hat er mich gesehen? GG. Ich hab's mir gedacht. Ja, die spielen nicht schlecht. Acht Kills. TSR. Ist das irgendwie ein Clan oder so? I don't know. Aber da ist auch schon Level 100. Ah, ich hab's mir schon gedacht. Irgendein Ding. Weiß nicht. GG auf jeden Fall. Der andere hatte null Kills. Ja, das war nur der eine, der gut war. Der Joel Wick. Der mich gesnipet hat. Oh, du bist gestorben. Yes, yes. Der ist in meine Richtung gelauscht. Hat mich dann gesehen und mich gesnipet. Aber Wayne Training. Dafür bist du einfach nicht gut genug. Äh, ja. Wie wir uns die ganze Zeit nur ärgern. Und hey Leute, herzlich willkommen im Stream. Wenn's euch gefällt, lasst natürlich gerne bei Fix und bei mir ein Like da auf den Stream. Wird uns mega supporten. Oh, nein. Das ist so traurig. Ich hab nicht gewonnen. Und Leute, falls ihr noch nicht abonniert habt, werdet ihr Teil des Team Fix. Lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Werdet ihr Teil des Team Fix, Leute. Road zu 300k jetzt. Das sind ja nur noch 99.000. Jetzt macht man die 300.000 voll. Macht doch mal die 300.000 jetzt voll. Komm. Und lasst ein Like da, Leute. Macht's doch einfach mal. Dankeschön. Äh, der Ritz. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Präsentation. Wirst du schon packen. Kein Problem. Und Marius, liebe Grüße. Oh, du musst einen Fortnite-Dance machen wegen 300 Likes. Okay, warte, ich muss Musik. Und hey, Jonas. Willkommen. Danke, mir geht's gut. Und dir? Schreibt mal, wie es euch geht. Ich hoffe, es gibt mich auch gut. Hast du einen Dance gemacht? Habt einen Dance gemacht. Die Cringe-Kicks. Ein bisschen Cringe muss sein, weißt? Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ein bisschen Cringe muss sein. Sonst ist es ja ein... Cringe-Stream. Keine Ahnung. Das heißt aber, dass... Wollen wir die nächste Runde woanders hin landen? Mhm. Wir können auch jetzt noch woanders hin. So Cringe. Gommelfilien. Das schreibt man nicht so. Sonst. Meinst du ihn krass bezögert? Schreiben die Leute auf Twitch? Das kann eigentlich nicht sein. Zoom. Nina schreibt, dass sie heute eine... Arbeit geschrieben hat. Ich hoffe, dass sie gut gelaufen ist. Und dass du eine gute Note geschrieben hast. Ich lüge sie halt nicht so an. Vorhin hast du gesagt so... Wenn Nina das schreibt, ey, ich hoffe Alter, Nina geht mir so auf den Sack Das ist richtig nervig, ja, ja Und jetzt kommt er im Stream an Und erzählt irgendwas von Ja, ich hoffe, du hast eine gute Note geschrieben So einer ist das, Leute, müsst ihr wissen So, jetzt hätte ich das vorhin Wirklich so gesagt, weißt du Wenn die das nachher schreibt Dann Das nervt mich voll Das ist ein ganz schlimmer Finger, Leute Ja, 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 ja Ich kenn ihn, Leute, ich kenn ihn Ich kenn ihn nur zu gut Da denkt sich der Mann Hoffentlich schreibt er eine schlechte Note Dann stehe ich wieder besser da von meiner Mom Was? Oh oh What? Ich bin seit 50 Sekunden Gebückt In diesem scheiß LKW Wo ist denn der? Aber der pusht hoch Ja Ich hab ihn geblockt Hinter dir Die pushen beide Help, please Ach, hab Ach, der mit Ich mein Es war's gut, es war's gut Alter, wie Low, hinter dir, hinter dir Krabi nach hinten Krabi nach hinten, ich seh dich nichts Der oben hat 70 Damage bekommen Habt ihr das gesehen? Was ist mit dem Spiel, bitte? Ich hock seit einer Minute In diesem LKW drin Hä, wie Ist der andere hier gestorben Durch Fall Damage, oder was? Kann sein, ja Ist der dumm Oh Mann, ey Boah, ist die Hacke Ähm, die gab's im Shop Und äh Clips Talks, ja Der 24 Stunden Stream Hier sind noch kleine Tränke Und guck mal Hier für dich noch Das hier Nur für dich Äh, und äh Der 24 Stunden Stream Ist am Samstag Leute Merkt euch Samstag Richtig 21. Da bitte Machen wir den 24 Stunden Livestream Seid gern dabei Will uns sehr freuen Also mich schon Fix würde sagen Oh, nicht schon wieder Aber Ja, ich mach ohne dich Den Stream einfach Was? Chris sagt so Ja komm, bitte lass unbedingt zusammen Den 24 Stunden Stream machen So Dann bekomm ich auch ein paar Zuschauer ab Das wär so cool Oha Wenn wir das zusammen machen Und der drängt sich so voll auf Und ich so Ja, okay Ich mach's deiner Mom zuliebe Weiß Leute, jeder, der die Geschichte kennt Weißt Bescheid Aber Oh mein Du bist so voll bitter Wie alt seid ihr beide? Ich bin 22 Und äh Fix ist 12 Ja Ich schau aber aus Wie 24 Leute Ich bin aber 12 Hm, was trinkst du da? Äh Club Marten heißt es Das ist ein Hahaha Als ob ich in einen Prank reinfall Das ist ein Mate Mix Getränk Sozusagen wie ein Energy Drink Gefühlt mit Koffein drin Und so Zeug Hey Studio Danke für den Euro Mal zweimal ein Euro Hey, hab ich was verpasst? Jo So eineinhalb Stunden Stream Ähm Aber freut mich, dass du da bist Und er hat nochmal ein Euro gespendet Hat Hey geschrieben Und Dann hat Äh Jo Ja du Ja du Hat ein Euro gespendet Schrieben Du bist der Beste Kannst du mich unterstützen Bin noch am Anfang von YouTube Das schaffst du schon Hihi Tut mir leid Ich push niemanden über Donations oder so Hast du Ähm Shotgun Amo? Äh Ja Aber versuche ich Einfach von jedem Video zu steigern Versuche immer noch ein besseres Video zu machen Und noch ein besseres Video zu machen Und so Dann wird das schon Deine Qualität ist sehr wichtig auf YouTube Und dann halt auch ein bisschen so schauen Was Was vielleicht die Leute sehen wollen Und Ja Genau Snox kann mit Facecam den 24 Stunden zügen Das wäre cool Dann wäre ich nicht alleine mit Facecam Aber ne Dann sieht man am Ende so müde aus Ne Ne Ja Ja Genau Deswegen Ich sitze dann so da Du Ich sitze dann so hängt da Ich gehe dann Ich gehe dann so Kurz duschen Wenn ich frisch machen Und dann Sitze ich dann Das ist aber der letzte 24 Stunden Stream War mega easy Also Ich habe ein Energy Oder zwei Energy Drinks getrunken Spielen wir eigentlich nur Fortnite oder Bisschen Ich weiß noch nicht Wollen wir nur Fortnite Spielen schon Bock Ich auch Ich will wir machen das spontan Falls wir irgendwie salty werden Und keinen Bock mehr auf Fortnite Dann zocken wir weiter Fortnite Aber Dann zocken wir einfach weiter Fortnite Mal gucken Leute Ja Ernst Ja ich glaube Ich glaube wir zocken 99% Fortnite Ich glaube wir zocken Nur Fortnite Leute Einfach ein geiles Game Fortnite kann ich halt einfach auch 24-7 zocken Ja True Am besten den Tag davor Spiele ich nicht so viel Dass ich wieder mehr Bock habe Ja man Tag davor Fortnite Pause Und dann 24 Stunden Na also Pause nicht aber Hype Pause Bist du verrückt? Pause? Ich habe nur getestet Sorry Okay Und hey Leute Herzlich Willkommen an jeden Einzelnen Der hier im Stream ist Freut mich sehr dass ihr da seid Wenn es euch gefällt Schaut gerne öfter vorbei Lasst unbedingt ein Like da Leute Supportet uns Der Stream ist mit einem Daumen nach oben Wir würden uns ja darüber freuen Und wenn euch der Stream gefällt Ihr wisst wo der Abo Button ist Einmal schön blau schlagen Kopfnuss Ähm Willst du einen großen Prank trinken? Oh Die Border Und herzlich Willkommen Äh Die Die LP Grüße gehen raus Mein ganz Mein ganzes Chat ist voll mit Kannst du mich grüßen Weil du die ganze Zeit Leute grüßt Sorry Cordy und der Unechte Liebe Grüße gehen raus Leute Herzlich Willkommen im Stream Leute schreibt bei mir Wenn ihr gegrüßt werden wollt Fix grüßt euch nicht Der ist schon zu abgehoben Seid ihr in 200k Grüßt ihr keine Leute mehr Leute mit 200k Muss man halt auch irgendwann So diesen YouTuber Lifestyle leben So da muss man Und halt Ist ja da Da ist man schon ein bisschen Zu gezwungen Weil wenn man das nicht macht Dann Schweren sich die ganzen Anderen YouTuber bei einem So hey du bist ja überhaupt Nicht mehr abgehoben Was ist denn los bei dir? So als würde ich Welche YouTuber So anschreiben So fix ey Du bist nicht abgehoben genug Das lässt uns sonst schlecht dastehen Viel zu viel Arbeit für uns Dann zurückzuschreiben Auf Instagram und so Ey bitte Bitte hör auf damit fix Jetzt muss ich halt langsam Leute Bin jetzt YouTube High Society Mit 200k Abonnenten Da gehört man dann halt langsam Zu den großen So ein Scheiß Leute Wir machen nur Quatsch Gamer ich grüß dich Dann bist du cool Weil ich grüß dich draus Boah es gibt echte Leute Die so reden Naja ich hab jetzt 200k Abos Also Ich rede jetzt nicht mehr mit dir Chris Ne Wir reden dann wieder Wenn du auch 200k Abonnenten Mit anderen Leuten Gibst du dich nicht mehr ab Du bist nicht auf meinem Level Tut mir leid Tut mir leid 200k Abos Jetzt will irgendwer so reden Aber gibt's bestimmt irgendwo Kannst du mich grüßen In Clash Gamer Ich grüße dich Aber das ist das wichtigste Hey und Aaron Wir kommen Bildet euch niemals Irgendwas drauf ein Wie viele Abos ihr habt Oder so Das ist nicht so cool Weil ihr habt Viele Abonnenten erreicht Das ist mega cool Viele Zuschauer zu haben So war Finde ich auch mega cool Dass mir so viele Leute Hier zuschauen Bei dem was ich mach Aber ich bin jetzt Nichts besseres Als Chris Nur weil Chris 85.000 Abonnenten hat Du hast voll wenige Elulanten Viel Spaß Aber ich bin auch Nichts besseres Als ihr Ich bin immer noch Derselbe Delberle Der hier in seinem Computerstuhl sitzt Der übrigens Kaputt gegangen ist Was Ja ja Da an der Sitzfläche Ich lümme mich immer so rein Und da ist so die Naht Jetzt gerissen Und Nicht reklamieren Nicht fossilt Oder was hast du Äh DxRacer Aber Der ist auch schon Jetzt fast zwei Jahre alt So da Für zwei Jahre Ist in Ordnung Und die Seite wackelt auch Die Seitenarmlehne Die müsst ihr mal nachziehen Ich bin zu faul Aber ja Digi hat 5 Millionen Stegi Wie viel hat der 500.000 Voll der Lappen Grüße gehen raus Stegi Wir haben lange nicht mehr Mit dem gezockt Mh Das müssen wir hier machen Das ist schlecht für uns geworden Jetzt weißt du Langsam bist du aber echt abgehoben Da drüben Ist in welche Richtung 75 Kannst du mich grüßen Johannes Ich grüße dich Und Ranz Ratte 1337 Größe gehen raus Oh da Da sitzt einer Wo? Pum For real Oh mein Gott Chris Nell Als ob der nicht getroffen hat Er sitzt immer noch da Er sitzt Ah Wollte nicht schießen Aber oben rechts Sind auch noch welche 105 Also wir sandwichen die gerade Oh warte vielleicht Ah nein Scheiße Jetzt hat er zwei Sorry Sorry Oh die laufen Oh getroffen Ein hit auf den oberen Noch ein hit Noch ein hit Oh die sind so böse im Sandwich Mann die tun mir so leid Snipe die oben rechts Snipe die oben rechts Tut mir jetzt ein bisschen leid Für die Ja man da hat einen Sniper Oh nein Autsch Ich hab gerade in den Chat geschaut Selvus Schuld Würde ich mal an der Stelle Die pushen Die pushen Die pushen Oh von dort auch noch Von wo noch? Von irgendwie Südwesten Westen Jetzt sind wir im Sandwich Oh mein Gott Ja da Ganz nah Los oder was? Ja von hinten Aber die sehen nicht gut aus Ich hab gar keine mit dir gesehen Von hinten Von hinten Oh fuck Ich pushe die vorne Dann versuch ich mich um die Von hinten zu gehen Mega gefällt Die Rife Warum hab ich sofort so Hinter dir kommt die anderen Oh fuck Wer vor noch Neben mir ist er Du könntest Erst neben mir Oh mein Gott Scheiß Baum geht mir so oft die Nerven hier Glaubst du gar nicht Der hat ihn gekillt Die anderen sind Klaus Was für eine komische Runde Oh fuck Soll ich Abo Kannst du mich grüßen FSHD Nur wenn es dir gefällt Aber ich grüße dich natürlich Und Marc Schulz Und Radio Maus Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Wie konnte ich No way Chris du bist schuld Du bist gestorben Oh man ey Lass woanders landen Ich hab keinen Bock Die Grüße gehen raus Und Luis Und Jaren Und Nick Und Liv Gänzen Gamer HD Machst du Grüße Runde oder was Nö Ich grüße alle die schreiben Nicht mal alle Geht ja nie Gamer Pro TV zum Beispiel Und Willi Hey Ich grüße auch jeden Der schreibt Nur noch Aber Jason und Heidi Liebe Grüße Nur noch Grüße Dein Streams Ich grüße dich natürlich Überlegen verzögert Ja ist ein bisschen verzögert Auf jeden Fall Ich teste morgen mal Ich mach mal die Verzögerung raus Und schau ob die Qualität Immer noch gut ist Dann mach ich es einfach nicht Weißt du Ja bei dir wird dir eh nie gut sein Du bist so unwahrscheinlich schlecht Ja dann verpiss dich aus meinem Stream Und schau nicht zu Bis dann Tschüss Wo wollen wir landen Snobby Hier oben Nee Als Pleasant Wollen wir hier so Baumhaus und Klaus Okay Eckhaus gehen immer so viele Leute Eckhaus ist immer Party Und dann haben wir da wenigstens Ding Zeigt mal Shop Yo Leute ich kann Nachtabend In den Shop zeigen wenn ihr wollt Kein Problem Nur Problem Oh fuck ich hab gleich Danke für die ganzen Abos Du hast was? Kein Video? Kein Ich muss nur Ich hab eins aufgenommen Was war denn das für ein Video? Ah ich weiß Ich weiß Ich weiß Ah ja Doch doch Muss ich schneiden nur Der Einer landet im Blauen Wenn der Einer Reel war Nochmal dankeschön Luzi Luzi Ich sage es schön Sabertooth Äh Ich grüße dich Aber bitte mach es nicht Er will sein Handy ablecken Wenn ich ihn grüße What the fuck Musst du nicht Alles gut ich grüße dich auch so Ich grüße dich damit du es nicht machst Das war einfach Wenn ich grüße Dann spende ich dir 200 Euro Nee Ich grüße fix Boah Was für ne Lüge Geil bist du ey Ich will nur sehen wie du es machst Ich will nur sehen ob du dich traust Haha lol Ah da hinten läuft einer Eck aus War nur ein Prank Soziales Experiment Wolle ja Oh Hit Also ich hab ihn Ja Die Gäste Das Fischaugenscheißglas nervt schon ein bisschen Hatt ich mal Ach komm So einen guten Nervig Oh kein Oh hier ist jemand drin Lauf ne Ein bisschen weiter hinter dir Hat er genannt Nice one In dem Haus oder was Mhm Er ist raus Er geht über deinen Weg Hat vier Hits mit der Mit der MP Hab ihn Ah ja klar GG Hast du eine Bandage? Ah ja da Sind Bandagen Ich hab zwei Minis auch für dich Ah du hast noch Schild Du hast noch ein bisschen Schild Aber ich kann die Schilde vielleicht stacken Ja hier ist ein Mini Kannst du stacken Ich hab zwei grad Ich hab irgendwo noch ne Kiste gehört Hier wahrscheinlich Ja hier Darüber liegt der Bolt Uh Hello Und feste Ecke Nice Ah ne warte ich Na mein kleiner Bolt Schätzi Nice Womit Äh Kann ich vielleicht von dir Ähm Eine Bandage haben? Ne Ne Die ist nicht drin Ne Verpiss dich Ne Das geht gar nicht Unten liegt noch ein Mini Hier ist die Bandage Ich hab dir zwei gedroppt Oh na Warte Ich komm zu dir und dropp dir eine Ich will nur eine haben Okay bitteschön Kriegst du halt nur eine Meine Hab ich nicht mit deinen zwei Let's craft Liebe Grüße Leute aber ich Bitte halt auf zu schreiben Die ganze Zeit Ob ich euch grüße Schreibt lieber irgendwelche Fragen Oder sowas in den Chat Oder irgendwas anderes Aber es ist halt einfach nicht so cool Wenn die ganze Zeit nur im Chat steht Jo kannst du mich grüßen Ey kannst du mich grüßen Jo kannst du mich grüßen Weil ihr habt davon nix Leute Das ist doch Da können wir keine schöne Themen besprechen Da können wir nicht miteinander sprechen Ein bisschen Sondern Sitze ich einfach nur da wie ein Roboter Und grüße euch Und das ist nicht so cool Leute Deswegen Lieben Grüße gehen raus an euch alle Falls ihr irgendwie eine coole Frage habt Oder irgendein cooles Thema Oder sowas schreibt Dann grüße ich euch automatisch immer mit Dass ihr Bescheid wisst Wenn ihr gegrüßt werden wollt Geht rüber zu Snorkstack Oha Danke Jetzt wird es wieder in den Chat gespammen Was erwartest du bei Season 4 Ich hoffe dass es ein cooles Thema wird So vielleicht Cowboys Oder Was Asiatisches Oder Was könnte noch so für Themen sein Wir haben gestern schon im Stream Ich glaube Alien kommen Alien vielleicht Ich finde futuristisch auch geil Aber ich habe keinen Top Alien Aber Jetzt könntest du Mein Bruder hat gemeint Das könnte Apokalypse sein Das wäre auch geil Mit so Voll crazy Apokalypse Style Outfits Wie heißt dieser eine Film da I don't know Vergessen Ja ich glaube ich weiß was du meinst War schon auch nice So Vielleicht auch irgendwie was griechisches Oder Welche haben wir gesagt Weil jetzt So was sommermäßiges Oder zum Beispiel irgendwie So Kulturen So zum Beispiel So ein So ein Deutschen Der halt so So ein Germanen Weißt du ja So was Typisch so Lederhosen an hat Oder dann halt Ein Wikinger Also so was Slavisches Äh Äh Hier so ein Skandinavisches So rum Und vielleicht irgendwie Na Ahnung Ein indisches Skin Und so weiter Gerade hat jemand gefragt Wie ich es finde Dass am 18. Tilted wegkommt Tilted wird nicht am 18. Zerstört Leute Kann mir nicht vorstellen Dass Tilted überhaupt zerstört wird Äh den Kometen gibt es auch Im Singleplayer Und ich kann mir vorstellen Dass irgendwie vielleicht Was mit dem Singleplayer Auch zu tun hat Und Rantil zerstört Dann wird es wahrscheinlich Äh Zur neuen Season zerstört Und nicht einfach so random An irgendeinem Datum Übermorgen Oh deine Telefons Ja Halt schocken wir mal einen Hit Ich habe glaube ich So gut wie jeden Schuss getroffen Ja Das war Besser als du halt Du kleine Marde Alter Er klaut auch noch Meine Shotgun Äh meine Meine Rifle Deine Shotgun Ey Lern mal richtig Lern mal richtig reden Dann reden wir weiter Wo ist der hin Wo ist mein Loot Was ist mein Lufle Soweit kann er doch nicht gekommen sein Du bist einfach nur blind Meine Scar Nein Bitte stirb jetzt Dann bekomme ich meine Scar Ey was hast du mich eingebaut Mann ey Ich spiele ein Skillick Nicht so wie du So alles meins Hast du jetzt das Medikit benutzt Also ich tausche Medikit und zwei Tränkel Gegen die Scar Nein Das ist mir gar nicht Eine Bandage Also Auf du jetzt Warte Tausche Zwei Tränke Gegen Okay Ich gebe es dir schon zu Das ist gut Ich habe gewusst Dass es mir auch so gibt Ja Du weißt es nicht Ich bin einfach zu nett Ey Ich habe gewusst Dass es mir auch so gibt Dann bleib meine Scar Aber schuld Das ist Karma Einfach Weißt du Das ist Karma Wenn du ankommst Und mir hier Mein Loot klaust Den ich mir schwer Erkämpft hab In dem ich die Wand Eingeschlagen hab Selber Schuld Hast du Rockets Halux Halux Äh Ne Danke Kein Problem Immer wieder gerne Nächstes Mal das beste Spiel Dankeschön Ich darf red Liebe Grüße Wo wohnst du Ich wohne in Bayern In Fürth Das ist neben Nürnberg Ja Bam 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 Liebe Grüße Zurück nach Dirol Oh Lass mal ein Board Oder Was willst du machen Nichts Ja Genau Ich seh dich schon Du hast irgendwas vor Oh shit Hast du dein Lieblingsspiel Abgesehen von Fortnite Boah Ich spiel zur Zeit Gar nichts außer Fortnite Keine Ahnung Das fliegende Spaghetti Monster Irgendwas sagt mir das War doch seine Religion Oder nicht In Anführungszeichen Zwei Shotgun Schuss Äh und ja Kann sein Bin ich mir nicht sicher Irgendwas sagt mir das Road to 300k Ja mal Leute Road to 300k Hast du jetzt vielleicht noch ein bisschen Shotgun Schuss Ja ist ne Religion Meine Religion Und bringen Rockets Hey jetzt willst du Äh Ja Können wir machen Aber du zuerst Dann geb ich dir alle meine Rockets Ich hab leider keine Aber du hast mir nur einen Schuss gegeben War ja klar Warte hier Noch eine Okay Danke Wie alt bist du Ich bin 23 Mann Hannes VIP-Fan Du bist am Start Freut mich dass du da bist Danke dass du meine Smilies benutzt Ich bin richtig nice Aber ich muss da auch noch ein Video machen Oh Ich muss Lea es tut mir leid Falls du mich hier hast Hm Lea ist da Du bist ja eh lieber Und kriegst deinen Stream Als bei mir Kann ich schon verstehen Ja Das ist eigentlich alle Leute Ne aber Ich will ja nix Eigentlich bei jedem so Ich hab grad 100 Zuschauer Und du 100? Ja Ich hab 80 Millionen 180 Milliarden Zuschauer Hab ich Ich hab grad 490 Ich hab über 1000 Getrackt Push halt nicht so mit dahin Getrackt Was kannst du überhaupt Ich hab voll Nein Spaß Warte Ich hab bei Snogs Im Stream vorbei Ich hab bei Fix vorbei YouTube.com slash Snogs YouTube.com slash Fix LP Ich hasse dieses LP man Ohne Spaß Ich hasse YouTube manchmal Ich hatte meine Kanal Spezifische URL Hätte ich mir machen können Und YouTube.com slash Fix Ist nicht vergeben oder so Aber durch dieses Fuck Scheiß Drecks Google Plus Was man da verknüpfen muss Kann man keine Vierbuchstabige URL Enten Eingeben Sondern es muss mindestens Fünf Buchstaben lang sein Und ich hatte keine Ahnung Was ich machen soll Und dann hab ich einfach LP reingeschrieben Aber ich hab Yt oder so Aber das wär auch scheiß Alles ist scheiße Leute Ich will einfach nur YouTube Com slash Fix Und Manny Hättest du Fixie machen sollen Und alter Reboy Nochmal 16,99 Euro Er hat er geschrieben Für neues Equipment Schreibt da Nice Reboy Riesiges Dank an dich Für eine Facecam langsam Langsam mit der Zeit Für 16 Euro Kann man sich keine Facecam Glaub ich kaufen Aber Doch Bestimmt so eine schlechte Dann seht ihr mich nur Richtig verpixelt Aber riesiges Danke an dich Reboy Danke für deinen heftigen Support Vergessen Von CAC Games Für die 2 Euro Danke für deinen Support Hashtag bester Kanal Grüß mich please Liebe Grüße gehen raus Mail Und Kampfsau Hat auch 1 Euro gespendet Über Super Chat Äh Klaus Danke für den Euro Hey Moss Und nochmal Danke Reboy Danke für deinen heftigen Support Oh mein Gott Der eine wurde vernichtet Wie die Waffe keinen Schaden macht Ich habe ihn Also So viele Hits bekommen Das war richtig Vielleicht war es nur Glück Aber es sah richtig gemein aus Kann ich das Medi Bitte Ja klar Will er wieder alles von mir haben Wie immer Ich kann mir nichts decken Wenn du magst Es sind 5 große Sind es 3 große 2 Spielst du zum ersten Mal Fortnite oder was Das hat sich aber nicht so angehört Da nehme ich meine SCAR Kriegst du halt dir nicht Ich gebe dir aber Rockets Hier 34 Danke Bitte Oder soll ich auch eine Rocket Launcher nehmen Nein Du kannst dann mit denen nicht Schatz Eigentlich Wir können Double spielen Komm Was werf ich weg Die Medi Kits oder Minis Ich kann was decken davon Gib mir die Minis Hast du Oh Nice Ich habe 2 Versace noch Also Ich kriege immer viel mehr Auf die Schnauze als du Weil ich triffe Push Und dann kann ich mir schnell Minis reinziehen Ich werde mir einfach scheiße Bisschen Das kann natürlich auch sein Da bin ich mir nicht so sicher Ja guck mal Du hast nur 2 Kids Richtig Richtig billig Das war close Nur Spaß Leute Schaut unbedingt der Fick vorbei Falls es das nicht getan hat Ist das immer so gemeint zu mir Ja Fickst geht immer nach Wenn der Stream vorbei ist Dann geht Fickst immer ein Das war jetzt voll meine Gefühle Aber Chris ist das scheißegal Alles was ich für ihn getan habe Und der macht einfach sowas Jedes Mal Es tut mir leid Oh die werden gepusht Reboi Dankeschön für deine Donation Der hat gerade bei dir auch donated oder? Ja Reboi ist richtig krass Dankeschön 16 mal 90 Hey was geht für neues Equipment Fettes Dankeschön Mann Richtig geil Leute Schreiben alle Hashtag bester Mann für Reboi Ja man Leute Reboi ist so krass Haben einen Hashtag bester Mann Dankeschön für deinen Support Reboi Richtig krass Ich werde sofort in ein neues Mike investieren Das war heute Abend Werd ich mir ein neues Mike kaufen Oh mein Gott Oh die Verdei I'm a legend Haha Wow fuck Ist der Klaus? Ja beide Der eine ist weiter weg Der andere ist ein bisschen mehr Oh eine Über mich Oh mein Gott Oh Gott Ist Nein Ich hab bei mir Nein Auch die vegane Bau dich höher Bau dich höher Aber der geht nicht Versteck mich Ich muss mich ganz kurz hier, ne? Ich hab 20 HP Ich versteck mich, alles gut Und versteckt Er ist direkt hier bei mir Du könntest theoretisch, wenn du wegkommst, ohne dass du dich siehst Nicht aufheben Du könntest unten raus aus deinem Augen, nice Komm zu mir Oh fuck, einer ist irgendwo hier close Ey, warum komm ich hier nötig durch? Einer ist irgendwo close Versuch zu mir zu kommen Nein Er hat wirklich nur gewartet, bis ich rauskomme Es waren sogar, oh, es sind nur noch vier Gegner Schade Schreiben alle TG da In den Chat rein Wenn der Fix mal ein bisschen mehr Kills gemacht hätte, dann hätten wir es wohl gewinnen können Ja, ich hab echt kack gespielt, Leute Irgendwann mal ein Spiel Nein, das sind nicht Gamefighter, danke für die 2 Euro Hi, Fix, wann kommt der 24 Stunden Stream? Diese Woche ist Samstag, Leute Diese Woche ist Samstag, 24 Stunden Stream Pickst du, wie viel Geld hast du schon für Fortnite ausgegeben? Drei, vierhundert Euro oder so? Auf jeden Fall Zu viel Geld Zu viel Geld Zu viel Geld Mein ganzes Geld ist weg Nein, Spaß, Leute Was schreibt Lea? Sie hat geschrieben, ich bin 22 Also, sie meinte, sie wollte schreiben, dass ich 22 bin, aber hat halt wirklich einfach Ich geschrieben Lea weiß einfach nicht mehr, wie alt sie ist Mensch, Lea, ich weiß verächt manchmal nicht mehr, wie alt ich bin Ich musste dann mal rechnen Ich weiß immer nicht, ob ich 23 oder ob ich 24 bin Du bist nicht Eigentlich verwechselt man das nur mit, äh, mit dem Alter, dass man schon war Ja, nein Ich denke mal, ich bin schon 24 Du bist doch Keine Ahnung Eigentlich ist das so, dass man, keine Ahnung, 23 oder 22, weiß ich gar nicht mehr, bin ich schon 23 geworden, so nach dem Motto Ja, alles ist schon Ich war schon ein Jahr lang Ja, das war 24, aber ich denke mir jetzt schon so, hm I don't know Wann kommt die neue Map fix? Ich glaube nicht, dass eine neue Map kommt Ich glaube, sie überarbeiten die Map vielleicht ein bisschen Und danke, Eri Ja, mache ich in meinen Videos Ich hoffe, sie überarbeiten die Map ein bisschen Und ich meine, und Eri schreibt, dass wir mir wieder, wenn ich du wäre, machen sollen Nee, mit mir nehme ich das nicht auf Ich muss mir neun Du mit neun, wenn ich du wäre, Partner Vor allem, er geht direkt zu meinem Haus Ich habe dich null gesehen Du hör jetzt auf, ihm nicht so an zu kacken, ey Keine Waffe Oh, wo habe ich denn eine Waffe? Kack mir nicht an, das ist eklig Finde ich auch Wenn es euch gefällt, lasst natürlich sehr, sehr gerne bei Fixumir ein Ein Like da Auf den Stream Ich muss nicht auf die Anze machen Wird uns beide mega supporten Jeder Like Hilft uns sehr Hilft uns sehr Wie viele Slurps ich hier einfach finde WTF Oh mein Gott Alles Under control Wie ist der hier runter? War der hier gestanden? Höhe 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 Oh, da drauf ist er Wie ist der hier runter zu mir gekommen? Nein Autsch Richtung 290 Ich habe einen Chuck für dich Willst du? Ja Hier unten bei mir Ist ein Engel, der sitzt dort Äh Ich, ich kürze Ich, ich kürze Ich kürze Mö schaden okay ich kann dir nicht wieder den kill klauen ha 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 film von so einer serie oder so was ja auch oft so aufgebaut dass einfach eine seite offen ist wo du mal rein filmen kannst und film set ein bisschen für dich drei stück sogar das ist quasi die rückzahlung ich habe auch hoffen das denkt irgendwann irgendjemand dass wir es halt echt erst mal okay okay also wir sind wieder nett leute das ist zwar in wirklich gar nicht nett man kann das ist eine gute vorlage einfach den muss man nutzen nein spaß leute wir haben auf damit sollen wir netz sein oder sollen wir nicht netz sein schreibt man in den chat rein mögt ihr das wenn wir uns ärgern oder sagt ihr seid ihr kindisch geht euch bitte begraben kann natürlich auch danke für deine donation hat geschrieben marcel bei blackie heißt er hat geschrieben hey deine videos cool mach weiter so mache ich danke dir danke für deine 4 euro danke für deinen support marcel danke ja man sehbar ich freue mich 24 stunden stream böses sein nett nett bei mir dauert es ein bisschen und wir haben einen neuen bp german fighter herzlich willkommen in der vip family man hat es hat es dank schön glaubst du dass bald eine neue map kommt weiß ich glaube ich glaube ich glaube sie werden die map noch update für eine gewisse zeit noch eine season lang die map ist ja noch nicht langweilig und so weißt du ganz am anfang leute das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen gab es kein tilted gab es kein schiff die gab es kein chunk kein snobby kein lucky landing ich glaube exxia lutz war auch nicht da oder war exxia lutz da weiß ich gar nicht mehr es war so viel einfach nicht mehr auf der map ich fand es mega cool mal so die alte map wieder zu spielen so als limited time mode oder sowas war eine woche lang alte map oder sowas das wäre richtig nice das ist lustig das problem ist wenn die leute das meer feiern dann wollen alle wieder die alte map haben ja die alte map war schon aber es war schon es hat sich so auf die großen städte konzentriert so auf greezy pleasant salty und so pleasant war halt einfach wir haben pleasant war main spot da oben pleasant und greasy waren so diese ruine war auch nicht da mortal war auch nicht da die map war schon echt mit wenig loot naja warte wenn euch der stream gefällt gerne einen daumen nach unten würde mich sehr darüber freuen danke nochmal an gamefighter für die vips benutzt unbedingt die smilies leute haut alle mal ein herz in den chat für die vip family da geht gut exxia ab das muss ich drauf rutschen wenn ich so von zwölf bis zwölf plus bonus leute wir machen verschiedene challenges beziehungsweise 3x24 mit dem revolver gedrückt vielleicht mache ich wirklich für jede tausend abos eine stunde länger ach nee da muss ich 10 stunden länger machen das ist ja crazy nein das ist zu krass man wir machen so die minuten pro 1000 likes und 10 minuten pro 1000 abos dann keine ahnung alles mögliche leute wir machen verschiedene challenges würde ich sagen wir überlegen uns da was und dann sagen wir uns doch noch bescheid sobald wir mehr wissen wir müssen zu uns kommen nein 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 auf die da ja ah ich seh sie push hab ihn der arme der richtung 20 ja die kommen noch die kommen noch von hinten richtung 20 hinterbohren ahja ich hab keine munition mehr nur noch die weder rifle noch sch- sehr wenig rifle hier rifle und schrot schrot hab ich das einzige einschüsse oh peter 2 euro peter hat geschrieben wann ist der 24 stunden am samstag oh hinter uns nimmst du willst du nicht rifle hier 40 schuss oh hey ich seh ah doch da in in drin oder was irgendwie ja bei uns im nil der 24 stunden stream ist am samstag leute 12 uhr bis 12 uhr unbedingt alle vorbeikommen es wird mega geil voll voll geil irgendwo drinnen ne hier außen hier draußen liegt blut hier drinnen hildi hab ihn hier ist eine scar für dich komm zu mir ich denke und ähm im süden waren noch schüsse ne oh fuck wir müssen richtig weit laufen haben wir ein launchpad äh ich nicht glaubst du noch lassen ist der noch hinter den bäumen oder ist der schon weiter gelaufen der müsste schon weiter gelaufen sein okay lass das laufen pfff und äh abgeflext hat ein euro donator geschrieben kannst du meine fra in epic games annehmen heiße opa tyron äh und bist der beste ps heiße in echt mark mark dann grüße gehen raus an dich vielen vielen dank für deine donation aktuell nehme ich erstmal keine leute in epic games mehr an vielleicht die tage wieder aber äh vielen vielen dank für deine donation und natürlich grüße gehen raus an dich abgeflext beziehungsweise mark danke dir juhu äh 12 Uhr mittags leute geht der stream los nicht 12 Uhr abends genau müssen wir am besten mehr dazu sagen 12 Uhr mittags und ja ich hab auf jeden Fall mega bock leute das wird nice das wird richtig nice ey ich hoffe es kommen richtig viele leute road to road to richtigen trends würde ich sagen leute ja auf jeden Fall vielleicht packen wir es mit dem stream in die richtigen Trends zu kommen das wäre richtig geil weil ich hab schon mehrere streams gesehen die in die richtigen Trends gekommen sind shit sind wir die gegner ja ich hab zwei minis wir sind voll getrennt boi ich wollte eigentlich hier ein Ding laufen ah ich seh sie lass am ufer entlang fuck man die border bewegt sich halt schon ne mhm wow ein 30er Hit hab ihn hast du ihn knockt nice lauf 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 hast du healing bandagen 12 Stück ich hab gar nichts nehmlich beim Baum lauf 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 sorry ist einfach hier minis brauch ein bisschen Platz er ist tot er ist in der Sturm gestorben Oh mein Gott, du musst dich schielen Er hätte einfach rennen können, dann hätte er es geschafft Ja Er wollte halt noch einen mitnehmen, weißt du Glaubst du, du kommst raus? Ich weiß nicht, ob ich rauskomme, zur Not muss ich kriechen Ich glaube nicht, dass ich rauskomme Echt nicht? Ich glaube schon Alter, mach die Butterfield, der Mensch 2 Schaden 2 Schaden in die Sekunde Fuck Oh neiiiiiiiiiiiiiiiiiii Wie knapp? Ich kann rauskriegen, aber Ich habe dann wahrscheinlich noch 50 HP Oh fuck, ey Kommst du raus? Wie viele Bandages hast du noch? Äh, 5 Aber Es bringt kaum was zu hier, ich mache mir nur so wenig Plus Oh die 3 hier oder so rein und dann rennen Du brauchst ungefähr so 30 HP, um rauszukommen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Halt dich Oh Gott Renn durch So, Achtung Und Du musst durchrennen Let's go 6 HP Fuck 4 3 Ich bin tot So ein Witz, ey Ja, vor allen Dingen, was soll ich jetzt noch machen? Ich habe 16 HP, ne? Ja, so eine Scheiße, ey Ey, ich hasse es, im Sturm zu sterben Das ist der schlimmste Tod überhaupt Aber der Sturm war auch schon der richtig Kacke, Mann Unlucky Wo haben wir gestartet eigentlich? Salty Salty und wir sterben im Sturm, ey Solange in Dusty gekämpft Oh man Du bist Platz für den Live-Trip bis jetzt? Nice, Mann, Leute Fettes, fettes Dankeschön Dank für den Support Hier, Leute Für die Straße lang rennen Als wäre es so der Weg, wo man lang gehen muss Lorexus Dankeschön für den Euro Das ist meine erste Spende auf YouTube Und die geht an den besten YouTuber Dankeschön, Mann Fettes, fettes Dankeschön Liebe Grüße Will jemand spielen, schreibt einen Namen rein Leute, ich habe einen Teespeak Der heißt Fix.tv Das ist die Server-IP Da könnt ihr draufgehen Und da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Leute Die auch andere Leute suchen Um ein bisschen Fortnite zu spielen Und da könnt ihr gerne draufgehen Da ist genug Platz für euch alle Und wenn ihr Bock habt Fix.tv ist die Server-IP Schaut da gerne mal vorbei Da sind wir auch gerade drauf Ja, da sind wir auch gerade drauf Dann bin ich hier drauf Ah nein, die sind im Sturz gestorben Das habe ich vorhin im Chat gelesen Wann ist der 24-Stunden-Stream Warte 24-Stunden-Stream Diese Woche Samstag 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 Oh Ist das einer oder zwei Oh, du bist nicht ein Border-Boy Bei Warte bis sie wegmoven Und fallen Könnte es theoretisch unter diese Rampe gehen Und fehlen, weil sie weiterlaufen Genau, da drunter Wir werden safe gleich moven Da Okay, Chris muss nicht hochfahren Was geht, Leute? Schon allein GG, Mann Holy shit, ey Das war böse, Leute Das war zerstört, ey Das war richtig zerstört, ey Das war meh, Leute GG Krass, Mann Die hast du gut zerstört Ich hätte mich zwar ein bisschen hochgebaut noch Ein bisschen auf safe gespielt Mit so wenig Leben Alles oder nichts No risk, no fun, ey Ja, wenn ich jetzt sterbe, ist doch egal Du wirfst nicht, du holst jetzt den Wind Ja, was denn Wir brauchen den Wind für die Stats, Leute Für die Stats Nächste Season, Leute Season 4 wird geschwitzt Wird mal Stats geschwitzt Da werde ich die ersten zwei Wochen Nur mit Chris auf Stats schwitzen, Leute Oder Solo ein bisschen schwitzen Da werden keine Challenges gemacht oder so Sondern wird richtig geschwitzt Ich hab voll Bock So 50% Winrate oder sowas, Minimum Was haben wir heute im Stream Winrate? Ich glaub, wir haben 2 von 5 Wir haben so oft am Ende verkackt Das war halt unlucky 2 von 5 haben wir gewonnen Du könntest ins Haus Aber es sind nur noch 2 Die haben gerade noch gefeiert, die letzten Versuch auf Close Range zu gehen Mit denen Und dann Oder die Snipes ein Aber ich würd versuchen Auf Close Range zu gehen Und mit dem Raketenwerfer Die zu spammen Mhm Hatt ich auch gedacht Ich geh auf den Berg hoch High ground Es kann auch sein, dass sie da oben sind Werden Stats resettet? Äh, werden nicht resettet Aber jede Season wird so Für die Season selbst gezählt Also Gibt's immer so Season Stats Sag ich mal Genau, aber deine Wins Und so bleiben natürlich erhalten Ja Wird immer für die Season selbst gezählt Oh Brauch ich hoch Ich kann es auch wegschießen Aber Versteck dich Oh Oh mein Gott Bau einfach unten weg Geh ganz runter Wow Ach komm schon For real Ah Ja Ich hätt's genauso machen sollen Einfach Einfach hochgehen Ja Egal Ich hätt's auch gemacht Oder Als du draufpust Direkt vor Und direkt über ihm bauen Dass er nicht weiter hochkommt Ja Ach Mann ey Das war Warum machst du nicht bei den DE-Turnieren mit Ähm Die sind oft Sonntagabend Oder Samstagabend Oder Freitagabend Wo ich keine Zeit hab Leute Deswegen hab ich da nicht so oft mitgespielt Vielleicht mach ich Season 3 wieder mit Ähm Acer Oder Acerani oder so Zwölf Danke für die 2 Euro Donation Mann Danke für den Support Liebe Grüße Bist der Beste Und steh jeden Morgen um 5 Uhr auf Und warte auf dein 6 Uhr Video Nice Mann Freut mich Dass ich dir deinen Morgen Ein bisschen versüßen kann Die guten Morgen Routine Ist mit am Start Mit einem Fix Video So wie es gehört Leute Deswegen Leute Lasst alle ein Abo da bei Fix Und gern auch bei mir Wenn es euch gefällt Wir streamen hier Jeden Tag Jeden Tag Fortnite Videos Wenn ihr Bock habt Schaut gern vorbei Mhm Leute Ich würde sagen Hashtag Letzte Runde Meinerseits Nur dass du Bescheid wirst Ich werde dann bei Snogs Noch mitspielen Solange ich kann Aber ich mach erstmal Für mich die letzte Runde Shadow Flow Danke für die 10 Euro Donation über Super Chat Dankeschön Dank für dein Support Kann ich vielleicht mitmachen Hashtag Du bist der beste YouTuber Also tut mir leid Ich spiel heute ein bisschen Duo mit Chris Also ich hab auch allen anderen Leuten abgesagt Und hab gesagt Ich spiel heute Duo mit Chris Obwohl ich eigentlich gar kein Bock hab Obwohl ich eigentlich schon sagen Hey das ist ja Das war ja viel zu nett jetzt gerade Was ist da los? Nee wir müssen auch mal Wir brauchen auch mal Zeit zu zweit Leute Wir brauchen auch mal Zeit zu zweit Erzählst du doch nicht deiner Freundin Ja pst Auf die hast du nicht gehört ey Wie findest du Müncher? Richtig cool Sympathischer Dude Verdient auf jeden Fall Der Hype Und Geht der auf mein Haus? Alter Jeder weiß Dass fix dahin geht Immer Du wohnst hier in dieser Fabrik Ja Das ist mein Haus Mein Festung Meins Nee egal Wir müssen auch Wir spielen wahrscheinlich auch Nächstes Saison Du turniere Ich und Snox Snox und ich Sorry ich bin ein Esel Der Esel nennt sich immer selbst zuerst Nee aber hab ich Bock zu Ich bin immer ein Esel Leute Weißt du wieso das So heißt das Sprichwort? Warum? Theorie? Ich weiß nicht Achso Ich weiß nicht genau Ich wollte wissen ob du es weißt Ich könnte Ein bisschen erklären vielleicht Decke Hm? Nee erzähl Wenn du eine Theorie hast Hast du keine Theorie in deinem Kopf? Vielleicht Der Esel nennt sich selbst zuerst Hm Was wäre denn plausibel das? Nö Keine Theorie Erzähl du Ich denke Ich denke das kommt von dem Geräusch vom Esel Weil er macht ja immer so I A Ne? Ah Man könnte es so deuten So ich auch Theoretisch oder sowas Oder I I A I A Ich auch Ja Klingt plausibel Dialekt so Ich A I A I A Daher könnte ich es mir vorstellen Stimmt Das heißt doch Es ist doch sogar so Im 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 alten Bereich Im Bayerisch ist auch so Oder I A I A I Mock des A Weißt schon gell Ne I A Stimmt Der Esel Das klingt plausibel Ja Irgendjemand schreibt ich und andere Ist gleich I Andere Aber vielleicht lernt man das nur so in der Schule Ich trinke zwei große Okay Oder hast du Minis Das? Äh ja Ein Mini habe ich Ich habe gerade den Chat gelesen Äh Das ist vom Weil der Esel Immer bockig und trotzig ist Das klingt jetzt Ich habe es gelesen Ich trinke zwei große Achso okay Ich trinke zwei große Ich versuche hier alles zu lesen Leute Okay Irgendjemand meint das von Englisch Komm Von Englisch I I And E8 Sports Kenne ich nur Aber das ist E A Boah Leute Damals Hast du SSX Tricky gespielt? Ne Snowboard Game Auf der Gamecube Alter Das war mein absolutes Top Favorite Game Mann Hier war irgendwann so eine Maschine drin Auch sowas wie Tony Hawk Oder sowas Ich war ein Bies In diesen Spielen Irgendwann Ich habe mit Tony Hawk Immer so irgendwie Keine Ahnung Mehrere Millionen Kombos Geballert Dann Das waren geile Games Muss ich sagen Tony Hawk Habe ich auch schon Jahre nicht mehr gespielt Und dann SSX Tricky Das ist so ein Snowboard Game gewesen Da hattest du so verschiedene Pisten Und da konntest du halt runter springen Und Äh Halt runter fahren Und da waren immer so Sprünge Und da konntest du Tricks machen Und sowas Das wäre richtig 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 nice Emma Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß Danke dass du da warst Liebe Grüße Fix willst du jemanden raiden Auf jeden Fall werden wir jemanden raiden Auf jeden Fall Spielst du da noch weiter fest? Weiß nicht Jo Eigentlich schon Also Ein, zwei Rundchen würde ich nur spielen Ja Dann weiß sie ja schon Wen wir raiden Hahaha Hier ist noch ein großer Trank Hast du schon eine Bolt? Ja ich habe einen Deagle Okay Willst du die Bolt? Ich würde sie nehmen ja Ja Dann kriege ich sie dir Habe ich heute schon einen Bolt Kill gemacht? Ich glaube nicht so krass Soll ich Minus nehmen? Hier liegt noch einer nebenan Ja okay Du mal Tactical Shotgun 200 Holt für eine Bolt Äh 300 300? Ich habe 700 Willst du? Ja Ich habe mich leider Soviel als gefahren Ja Bitte mal 200 oder so Ja Danke dir No problemo Immer wieder gerne Bist du jetzt ein Italiener? Luigi Man wehnt sich nicht Irgendeine Familie Wieso? Italien Ich habe dir gesagt Du sollst nicht kommen In mein Restaurant Aber ist Vitali Nicht eher ein russischer Name? Ja vielleicht Bedroht ja der Vielleicht kommt ja Italiener den Russen Oder so Oder andersrum Du also was du gerade gesagt hast Wäre andersrum gewesen Oder ne Egal Nicht so wichtig Halt einfach 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 Schnauze Oh man ey Hat gerade Tag vor Es hat gerade gefragt Halt es sox Wie stehst du zu Gummibären Kannst du mich grüßen? Ich grüße dich Gummibären Hüpfen hier und dort Und überall In meinem Chat Versuchst dann Zwei Boys Ein Mädel zu klären Aber ich wette Dass dieses eine Mädel Safe Ein anderer Junge ist Der Was ich da Einen kleinen Spaß Überhaupt Haha Fix vermittelt Äh Die Fix Partner Börse Jetzt in meinem Live Chat Leute Oh hier sind Leute Wer sucht einen Partner Schreibt es in den Chat Irgendjemand hat auch Auf mich gesniped Hm ich würde sagen Die hier Du hast noch Einen großen Trank ne? Zwei sogar Ok ich habe auch noch einen Wo sind sie? Nein sie wissen wo ich bin Oh meine Aim Sniper Schotzen halt auch Wieder nicht Da wo sie Normalerweise sind Nämlich on point Ich glaube die sind unten Durchgerannt Haben wir ihn abgehauen Haben die Angst Oder was? Hier 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 Unten rechts Nordosten Hier unten Safe eingesehen Die haben so Angst Vor uns Da drin Lass uns Pass auf Fuck 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 Geh nicht rein Große Große So Haben ist Haben ist Schau mal er hat mir sechs Schaden gemacht mit seiner Shotran Die Take ist schon echt manchmal ein bisschen Ja Hallo Willst du noch einen großen Trank mitnehmen? Hm Kann ich Da hier Dann habe ich 14 Minis Besser als nix Ich habe später auf den Chat geschaut Und laufe erst Wie gegen die Wand ging X hat die Wahrheit gesagt Jack's tape Leute Ich kenne euch Ihr Rabauken Die kleinen Rabauken Da im Internet X Sorry Müsstlernen Kein Problem Ich wünsche noch viel Spaß Es ist eben die letzte Runde Ja Von daher Ihr wisst Bescheid Moin Hey Du warst vorhin ja schon mal da oder? Freut mich Jetzt willkommen an jeden Neuen hier Warte wenn es euch gefällt Lasst natürlich gerne ein Abo da Würde mich freuen Noch 17 Abos zu den 85.200 Nordwest Rechts vom Weg Auf dem Weg Nordwest in der Ruine Schade Nordwest Westen auf dem Berg Was auch ne Von dir aus Weitere rechts Sind auch noch welche Ja Er gibt mir den Hit Oder was Irgendwo im Norden Hm Enttitelt drin Hallo Hey Moritz Willkommen Komm zu dir Ich brauche einen großen Schilddrang Oh Mann Scheiß Update Ohne Spaß Alter Ups Okay Man kann gar nicht mehr Schnell auf die Waffe Switchen und schießen Das ist so kacke Das ist echt nervig Wollen wir da hochpushen Wo die sind Aber lass vorsichtig sein Ja wir gehen da Links rum Ich denke das werden sie nicht erwarten So viel zum Thema Man kann nicht bauen Ne 50 Sorry 150 150 Oh Holt er sich den Kill Wo ist denn Pff Hat er sich gar nicht selbst getötet Er schmeißt die MLC Und fliegt einfach nur noch Wir sehen uns Pff Tod Da läuft der eine Der erste Busch Was Wollen wir hinlautschen Ja Fuck Das ist für den mega gebackt Oh fuck Ja Klaut der mein Kill Ja Genau Kommt da an Und steelt Wie eine Elster Eine Rabe Ein Elster Ne Welche Tiere Klauen Noch Elster Glaub ich Weiß es nicht Leute Schreibt es in die Kommis Da unten ist noch ein Big Shield Ich habe schon zwei Großer Shield Tank Oh nein Ich baue beide Wo sind die Tilted Oh nein Wie kann das passieren Ey Soll ich hochgehen Oder zu dir runterkommen Oh nein Die wissen zum Glück Nicht wo ich bin Die haben wir nicht gesehen Komm runter hier Oder rein Rein Ja See you again Ah Leute Bitte Du hast was für ihn oder Uh Skat Danke für deinen Euro Bist der Beste Danke dir Irgendwas anderes Um Partner Beste Zu spielen Ich bin schon Full Shield Bin nur runtergefallen Die haben dich also Gar nicht getroffen Nee Ich habe eigentlich gebaut Aber ich habe so gespammt Building Oh die sind da oben Auf den Twins Twins Okay Mh Wollen wir die pushen gehen Hab einen knocked Nice One tap One tap One headshot Pah Wo ist sein Mate Ah unten Dein Mate ist drin Wo ist sein Mate Dein Mate hat ihn halt eiskalt Im Stich gelassen Ist sie versteckt Wo ist der versteckt Kein Mensch ist so gut versteckt Ja Wo ist der versteckt Fuck Vielleicht ist er unten Ich habe gerade meine Materials dafür verschwendet Hast du ihn gesehen? Nee ne Naja aber Jemand hat aus Nordosten Auf uns geschossen Ah da Ah da Base ne Mhm Drin liegen noch kleine Tränke Puh Scheiße Oh ich habe ein Lagerfeuer hier oben gefunden Das muss ich jetzt benutzen Ja okay Wird du es haben? Ja mir fehlen 5 AP Gibst du okay Ich place es Unbedingt Ich gehe mal kurz auf die In Double L liegen noch Ähm Auch nichts gutes In Double L liegen noch kleine Tränke drin Ich habe 10 Minis Wollen wir den pushen gehen? Jo Let's go Danke Habe ich Okay nice Will was sehen Chris Der ist abgehauen Unten beim Wasserfall Ein Hit Aber wir müssen ein bisschen aufpassen eigentlich Ah shit Oh mein Gott Oh mein Gott F*** was machst du? Ich konnte nicht bauen Wadda Bro Ein Hit Hab ihn Ich konnte nicht bauen Ich habe alles versucht Richtig Äh 60 In dem Building oder was? Hab beide Ah nice one Gigi Ähm 195 Oben Süden Wo ist der Drop? Ah guck mal hier ist ein Drop gelandet Wollen wir uns den holen? Ja lass machen Soll ich lieber Hast du Bandagen oder hast du irgendwas zu hier Mitgenommen? Nee ich habe nur Minis 10 Stück Okay dann nehme ich dir das first AT mit Ich habe aber noch ein Campfire Ja lass Die letzten sind Gegner Die letzten wahrscheinlich Ja das sind die letzten zwei Ich bin falsch gehört Leute drückt uns die Daumen Alter Steinsteppen sind so kacke Um über Bande zu schießen Nein Das ist der Mann Oh nein Wo sind die? Bin ganz oben Nice one Ich habe gar nichts Geile Runde Nice Nice one Fixes Tüti Leute Falls ihr noch kein Like da gelassen habt Lasst unbedingt ein Like da Ich würde mich sehr darüber freuen Und falls ihr noch nicht Mein Video von heute früh gesehen habt Schaut auf jeden Fall vorbei Ähm Dankeschön an Cold Llama Für die 2 Euro Donation Hey fix ich feiere dich Und deinen Charakter mega Mach weiter So bist der Beste Dankeschön Cold Llama Liebe Grüße gehen raus Danke für den Support Leute Ich würde sagen Dankeschön fürs Zuschauen Danke für diesen nicen Stream Morgen ab 13 Uhr geht es weiter Heute war ich ein bisschen plat Leute Morgen wird das Skill auch um einiges besser Das war Wim gerade Ich kann meine Wim-Zahl gleich mal updaten Leute Auf jeden Fall Schoppe ja Leute Dankeschön Und falls ihr bei fix noch kein Abo Da gelassen habt Dann tut das jetzt sofort Leute Ihr verpasst wirklich was Fix macht jeden Tag Livestream Jeden Tag Videos Richtig richtig geil Also Leute lohnt sich Road to 300.000 Hab ich gehört Lasst alle ein Like da Äh ein Abo da Falls ihr noch nicht genug von mir habt Geht ein bisschen weiter Bei Snogs im Stream Er zeigt euch auch den Shop jetzt Postet den Link Geht rüber zu Chris Wir machen da mal die 2000 Likes Voll würde ich sagen Leute Alle rüber Alle zu Chris Alle in den Stream Wir spielen auf jeden Fall noch ein, zwei Runden Safe Call Und wir holen safe noch den Wind Leute Und ja Dankeschön fürs Zuschauen Danke für euren Support Liebe, liebe Grüße Geht rüber zu Chris Und Grüße gehen auch raus An die Twitch Family Dankeschön Bis zum nächsten Mal Danke fürs Zuschauen Tschüss Lass alle ein Abo da Leute Geht alle rüber zu Snogs Ich will mindestens 1000 Zuschauer sehen Okay 1000 wäre ein bisschen viel Aber ich will viele Leute bei Chris sehen Geht da rüber Dankeschön Hier ist der Link Geht auf den Link Bis dann Tschüss Tschüss Und hier ist der Shop Leute Hashtag Team Fix Schreiben alle Leute Schreiben alle Hashtag Team Fix rein Also falls ihr Fix noch nicht Abonniert habt Ist natürlich in der Videobeschreibung Tut es auf jeden Fall Sonst verpasst ihr was Und herzlich willkommen Oh alle schreiben Team Fix Alter Mega Wir haben zu 2000 Likes Leute Let's go Let's go Let's go Wie viele Likes haben wir denn? Schreibt es mal rein Leute Wie viele Likes wir gerade haben Weißt du was ich mich frage? Was passiert wenn man Wenn man den Battle Pass voll hat Sich die Battle Pass Stufen kauft Kann man sich die kaufen? Ja Ich hab gestern auch in einem Stream gesehen Ich Hey Ist das so Geldverschwendung halt? Aber es wäre interessant zu wissen Ob es geht oder? Voll Aber überlegt mal 9 Euro auszugeben Dafür dass man eine rausführende 1700 Likes schon Leute Mega mega riesiges Danke Danke für den ganzen Support hier Herzlich willkommen im Stream an Jeden Neuen Sind locker 200 Leute schon rüber Herzlich willkommen Willkommen im Stream Leute noch 300 Likes zu den 2000 Likes Und hey Tim Ich grüße dich Okay Oh sorry I'm ready Ich bin auch ready Hey wieso kann ich das jetzt nicht umstellen Stream Latenz und so Kannst du nicht? Komisch Gerade nicht Im Live-Dashboard? Ja Sollte Warte mach hier Niedriger ist ein Latenz ne? Genau Ich hab normale glaube ich Ne normale ist verzögert Ich hab Anni ich hab Niedrige Genau Kannst du mich grüßen? Heißt der Hanna Hanna ich grüße dich Herzlich willkommen im Stream An jeden Einzelnen Schön dass ihr alle da seid Hoffe ihr habt alle einen Schönen Tag gehabt Tja Kannst du mich grüßen? Zu Dennis Ich grüße dich Ja Ja ich muss auch gleich Auch gleich was essen Mein Magen verdaut sich gerade selbst Ein bisschen Energie zu bekommen Oh Gott Vielen Jungen Pleasurend Hey herzlich willkommen MrGameplay05 und noch so Gamer Hey Freut mich dass ihr alle da seid Und Ehren Ehren Danke für dein Abo Und ihr werdet natürlich auch oben links angezeigt wenn ihr abonniert Und das aktiviert Also habt Ich hab kurz mit mir durchgegangen Ich find den neuen Gleiter so cool Ja man Der ist mega geil Ah fuck Kommt nur Der Gitarre Oh okay Ritzelhaus Dann land ich hier auf der Tanke Ich hab zwei Schüsse noch Ein Schuss noch Ja ich bräuchte wahrscheinlich Wo ist der Hier drin Oh mein Gott Oben am Balkon hab ich nen Hit bekommen Weils Nein Ach ich hab keine Kein Tisch Komm zu mir Ich hab äh Was hast du Nichts Eine Waffe Äh Shotgun Achso shit Warte 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 Nein hab ich genau Hab ihn Uh hier Nice Aber das ist trotzdem noch jemand Okay jetzt Ähm Ne die sind beide Ja aber da war noch jemand Ein dritter glaube ich Könnte sein Oh Ja Oh fuck Ich hab getrapt Hast du ihn? Ja Hau auf den Dach Ton weg Hab ihn Nice Sehr geil Hab keinen Hit auf mich bekommen Oh Gott hab ich Hunger alter Kann ich verstehen Mir geht's genauso Fuck man Leute wer von euch hat alles Hunger Schreibt mal Hashtag Hunger Ja man schreibt Hashtag Hunger In die Kommentare Oh Gott Und danke für die ganzen Abos Die gerade reinkommen An MoneyTui Danke für dein Abo Freut mich sehr Dass ihr alle dabei seid Hast du Shotgun Amo jetzt? Äh Ja 15 Schuss Okay Kann ganz viele Leute Kann ich die Shotgun haben? Ja klar Hashtag Hunger Oh mein Gott Döner wär so geil Leute Oh Gerade Döner gegönnt Schreibt der Enrico Oh Döner ist so geil Ich muss mir aber wieder Döner holen Ich glaube ich hol mir gleich einen Döner Oh du bist dein Arsch Ich glaube ich fährt gleich Ah ne ich hab ja kein Bargeld Ich kann mir ja keinen Döner holen ey Weil die Bank hat Die haben ja für die Sparkasse zugemacht Und da ist jetzt ein Fleischer drin Ja moin Ich hab ein Ding ähm Ich glaub seit Oh da direkt neben dir Ja Haben gehört Oh ja wie er wagt Wie er leckt Hast du gesehen? Ja man Ja hab ich's gesehen Krank Ja Glaub ich seit Mai Kein Letztes Jahr Nein nein Habe ich Fast alle 5 Euro Scheine Gesammelt Die ich bekommen hab So einfach so Aus Langeweile Und ich hab jetzt glaube ich Keine Ahnung Locker so 105 Euro Scheine Was? Ja Immer rumliegen YouTube Money Ey YouTube Money Ich hab das bei Felix Bar Glaub ich gesehen Im Video Der hat so mal Auch gespart Über ein Jahr Oder über zwei Oder so Und auch alle 5 Euro Scheine Aufgehoben Oder über 5 Jahre Oder über 5 Jahre glaube ich sogar Auf jeden Fall Richtig lang Und der hatte dann auch irgendwie 3000 Euro Nur durch so 5 Euro Scheine Die er mal immer nebenbei weggelegt hat War crazy Leute Ich auch mal Mach ich auch mal zurück Also bei mir wird's ja jetzt aktuell relativ wenig sein Ne So Uh und Melle Dank für deine 2 Euro Sie hat geschrieben Ich koche gerade während dem Stream Uh was gibt's denn Oh Melle Ich hasse dich Melle was gibt's denn schönes Und dann Glücklicher Appetit natürlich Bring mir was zu essen vorbei Mann Ich hab auch mega Hunger Ich glaub Melle ist so lieb Sie würde mir sogar extra Essen vorbeibringen Wenn ich In ihrer Nähe wohnen würde So während dem Stream Einfach so Essen gekocht bekommen Das wär so geil Ninja kriegt ja mal von seiner Freundin Essen gebracht Das ist so Oh Gott Wo ist deine Freundin Wenn du Essen brauchst Ey Geht ja gar nicht Mhm Warum arbeitet jemand Warum kann ich nicht auch einfach Eine Million im Monat verdienen Wie Ninja Und sie nicht mit mir arbeiten muss Sie wird dann einfach Die Äh Äh Gah Nicht mehr Fußballfrau Sondern Streamerfrau Ich komm gleich mit einer Pizza Ja Da musst du einmal nach Berlin fahren Und einmal Ha Jetzt nach Bayern Kurzer Kurzer Abstiche Und hey Leute Jetzt willkommen an jenen Neuen hier im Stream Freut mich dass ihr alle dabei seid Wenn's euch gefällt Lasst natürlich gerne ein Like Leute haben wir schon die 2000 Likes geknackt Schreibt mal rein Bei wie viele Likes wir gerade sind Uuuu Strengt euch an Leute Lasst alle ein Like da Roto 2000 Wir packen das Oh Golden Automat Okay No crap Der geht ja Okay 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 Ah ich hab auch nichts zu hier Geil Rifle hit Äh Ist hinter deine Base 100 Schaden 100 Schaden Aber noch einer Kavin Nice Gut gemacht Ah leider haben die mir mein ganze Schild weggeschossen Ja Wie viel Schild ist das 4 Hier Puh Oh MP Lila Nice Hey Stoxx Hey Herzlich willkommen 1900 Likes schon Mega krass Leute Vielen vielen Dank Leute Kurze Umfrage Wer von euch Geht auf die Gamescom 2018 Genau wen sind wir Leute holt euch Fix Merch Oder ich Genau Schreibt einfach Hashtag Nee Hashtag Gamescom Ist ein guter Hashtag Oder Hashtag Gamescom Ist gut Genau Schreibt Hashtag Gamescom Wenn ihr auf der Gamescom Seid und Holt euch alle Fix Merch Ich will ganz viele Leute Auf der Gamescom Mit Fix Merch Ich zieh auch Fix Merch an Die Cap einfach Und alle zusammen Dann ein Foto machen Mit der Cap Das ist ja richtig nice Ist ein großer Schild Für dich unten drin Hast du die Nate Boah Nee Ich trink den Ich zieh ein Fix Merch an Ja man Von Team Von Family Ah die sind close Boah das ist so schlecht man Aber ich verfehle alles Er ist hier einfach Reingetapst Hast du Bandagen Ich hab mich mal gerannt Ja ich hab Zwei Medikits Okay Willst du dich voll machen Nee nee Alles gut Ich wollte nur fragen Oh Gott Ja Boah da schau mal Geh ist jemand Er ist nicht tot Pass auf Aus tiltet Richtung tiltet Zwei Leute Einer close Er ist genau unter mir Zwei Med push durch Zwei Med ist runter gefallen Nice one Sehr schön Chris Nee war gut War gut Ich hab noch ein großer Schilddrank hier Ich hab schon acht Kids Nice Ich hab vier Nimm die Verbände mit Kannst du mir Rockets geben? Äh ja Acht Stück hier Und dann Let's go Hier ist ne Großer Schilddrank Nimm ich mal mit Mhm Wie viele Ressourcen hast du Insgesamt 600 Plus 150 Plus 50 Also 800 Insgesamt Ja ich hab 900 300 Da ist noch ein großer Schilddrank Nimm die noch mit Ja hab ich Ah echt? Ja Bauen wir hoch Gerne Verschwende zwar ultra viel Materials Aber egal Ready? Ja Okay Steht Komm 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 Ja ich hoffe ja schon so schnell Ich kann Warte 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 Mach noch will Oh ja Okay Lass hier Ich bin selbstverständlich so schnell geraten wie ich konnte Bin ja nicht angehalten Ach du war ein Fluss oder? Race Gaming Army Danke für den Raid Herzlich willkommen im Stream Richtig Race Army Danke für die Race Army Vielen Dank an Race Für den Raid Vielen, vielen Dank Herzlich willkommen im Stream Freut mich dass ihr alle da seid Okay Richtig nice So du hast alle mein Herz da Für den lieben Race und die ganze Race Army hier Herzlich willkommen Okay schau hier Gönn dir Okay Ein bisschen Aussicht Hey hey Kannst du mich grüßen? Janis Ich grüße dich Ich glaube du kannst nicht durch oder? Nee Jetzt kannst du Großer Schild dran Hast du Rockets noch? Ich glaube ich habe die alle gedroppt Ja Ich habe die alle gedroppt Okay Schon 12 Kates Da bei der Brücke Ein Hit Wollen wir sie pushen? Oh das läuft mir nichts da Noch ein Hit Drei Hits oder vier Hits schon Okay push Ja Das ist ein Low Wow Ja Fuck Ich hasse das Es steht schon die Wand Aber der Hit kommt trotzdem irgendwie an Keine Ahnung Fix deine Server-App Begins Bitte Nee Jetzt ist er weg Ja Der läuft Der läuft Der läuft Der läuft Der läuft Und Pow Nur 19 Schaden Er hat sogar noch Schild Ja ich weiß schon Oh mein Gott Er will mich finishen Bestimmt Doch nicht Er ist genau um die Ecke Okay Warte ich bei uns die beiden Leck 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 Hast du ein Oh scheiße Hast du ein Ich löde prank mich gerade Und sonst refresh mir die Seite Obwohl Leute Das ist wirklich so Ja es sind schon ein paar gegangen Es sind gerade 100 Leute weg Leute einfach mal reload Schreibt mal alle in den Chat Dass die Leute Die Seite reloaden sollen Von Minis Äh nee gar nichts Hatten die Minis Hier liegen Minis Ja Was Hier liegen vier Stück Nice Hast du noch First Aids Nee ich hab mir gerade mein letztes reingehauen Okay Ich kann die Minis mitnehmen Und nimm Bandages mit Lägt da noch ne Bolt Ne oder Ne Scar lag da noch Ne Bolt hab ich auch nicht Hast du Wolltest du halt mal alle reloaden Du Nades Wir müssen laufen Hast du Rockets Nee gar nicht Okay Und herzlich willkommen Natürlich an Jeden neuen hier Deh 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 Leute noch danke für die ganzen Abos Oder noch vier Okay danke für Telefon Noch äh 24 Abos Zu den 85.300 Also Leute Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt Würde mich natürlich mega freuen Hast du unbedingt dein Abo da Leute Es lohnt 24 Abos noch Leute Falls 24 Leute noch nicht abonniert haben Ah ja 24 Stunden Livestreamung noch 24 Stunden Livestream Aber was ich sagen wollte Es lohnt sich bei Chris zu abonnieren Weil er Droppt jeden Morgen um 6 So ein Video für euch Wo ihr komplett den neuen Shop Sehen könnt Wo ihr erklärt was im Shop ist Wie viel was kostet Und so weiter und so fort Also Abo lohnt sich Hundertprozentig Leute Und ihr habt noch nice Streams Plus Schon wieder ne Einer ist richtig low Einer hab ich so hart gedrückt Knock Dein Mate ist drin Hat ein mega Hit Schaffst du ihn? Ja ich denke Oh 10 Hab ihn damaged Nice Brauchst du ein Minis? Ne passt Du gehst nur ein Raketenwerfer Für mich Ach komm ich spiel Ding Rocket Launcher Night Launcher Noice Absolute Gesamtzerstörung Ja Komplette Eskalation Rocket Eskalation Jetzt wollen wir den Wind Ah ich geh schon Kennst du was Wenn du Fullsack bist Und einfach Trotzdem Weiter die Bäume abbaust Ja Mach ich immer eigentlich Ich denke mir dann jedes Mal Wenn ich schlage So Ist schon so ein Reflex Einfach die Bäume aufzubauen Im Labyrinth Oh mein Gott Du hast ihn wenigstens gelacht Der andere ist in der Mitte Ja Gesehen Wie auch immer Das ist irgendwie kein Hitfall Der läuft noch hinten weg Ich geh mir kurz den Chuck Chuck Oh da ist auch ein Chuck Chuck Wir hatten beide einen Chuck Nice Was für Loot ey Zwei große Schilltränke Neu Minis Auf sich Keine Zeit Ich auch nicht Lass den wir drauf Schließen Schlecht Okay Nein Ich wollte noch Kills machen Nur 13 Wie fährst du 96 Kills Leute Lassen wir alle einen GG da Nice Runde Sehr geil Okay Leute Eine Runde spielen wir noch oder Eine letzte Okay okay Weil ansonsten sterbe ich vor Ja danach muss ich auch was zu essen machen Leute Wenn es euch gefällt Lasst natürlich sehr gerne ein Like Da haben wir schon die 2000 Likes Leute schreibt mal Wie viele Likes der Steam gerade hat Würde mich mal interessieren Ich kann das hier ja nicht sehen Ich hab leider keine Anzeige dafür Im YouTube Dashboard Aber Leute wenn es euch gefällt Lasst natürlich gerne ein Like da Und auch über Jeden Abo würde ich mich Jedes Abo würde ich mich sehr sehr freuen Äh Und ja Leute Wenn ihr abonniert habt Lasst auch gerne mal Äh Aktiviert auch gerne mal die Glocke Unten Rechts neben dem Abo Button Ist so eine kleine Glocke Die könnt ihr gerne aktivieren Dann bekommt ihr mit Ich werde die Tage jetzt wieder Community Streams machen Heißt also mit Zuschauern zocken Und ja Wäre cool euch da alle zu sehen Und äh Deswegen aktiviert gerne die Glocke Dann seid ihr halt immer Schnell am Anfang dabei Dann habt ihr noch höhere Chancen Äh Mit in die Community Runden zu kommen Und Oh wir haben die 2000 Äh geknackt Mega nice Leute Vielen vielen Dank Danke für die 2000 Likes Beste Community Hörstück Team Fix Würde ich sagen Leute Falls ihr noch nicht bei Fix Abonniert habt Sein Kanal ist unten Noch in der Videobeschreibung Verlinkt Also Schaut da auch Auf jeden Fall Vorbei und abonniert Auch für den Lieben Fix Und danke an David Für die 5 Euro Er schreibt Ich wohne in Österreich Und bin erst 11 Deswegen darf ich nicht Hä Achso Gamescom wahrscheinlich oder War das noch zur Gamescom Die Frage Wahrscheinlich Aber nicht schlimm Irgendwann mal Bestimmt Okay du entscheidest Wo wir hinkriegen Letzte Runde Und oh 85.300 Danke für die ganzen Abos Okay Schreiben alle Hashtag letzte Runde Und Eros Danke für die 2 Euro Er geschrieben kann ich mitzocken Er ist leider schon Die letzte Runde Aber die nächsten Tage Werden Sicherlich Ähm Sicherlich nochmal Kommt die Runden kommen Also Ja Würde mich freuen Wenn du dann Dabei wärst Hashtag Letzte Runde Leute Malik geht dann 2019 auf den Keks Wenn jetzt hier auf die Gamescom Wo gehen wir hin Jetzt bist du okay Twinskill Hier kurz in die Burg Mann Ja Da ist auch Fuck Da sind ein paar mehr Leute Komm Beweg dich doch nicht so komisch Oh nein Ich hab irgendwie nichts getroffen gerade Warum Ich bin tot Nein Oder auch nicht Alter Ich bin tot Ja ich glaub nicht Dass ich Mein Gegner hat vielleicht 90 AP Und ich bin ein bisschen versteigt Okay dann komm ich drüber Er hat vielleicht 1 AP 10 AP noch nicht Klieg du erst mal kurz Ja Komm zurück Oh nein Geht nicht Oh nein 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 Die sind da Nice Jetzt hat Bautreppe Oh da ist Erd der Koffer Nein Erdetektive Ah schade Noch eine Trotzdem Ja ja Lass mal Okay Leute das kann nicht die letzte Runde gewesen sein Eine Runde geht noch Leute Schreibt mal nochmal Hashtag letzte Runde in den Chat Das kann nicht die letzte gewesen sein Eine Runde noch Leute Eine Runde noch Oh Mann Hashtag letzte Runde Ja ich hab mich dumm angestellt ey Nicht schlimm Aber ich hab von 2 Seiten gepusht Und Der eine ist dann wieder weggerannt Der andere hat mich genockt Aber der hatte wahrscheinlich das Schild Ne der hat mein Schild getrunken Ich könnte eure Videos Das hier ist zu spät Und gucken Nice Freut mich Ähm Es wäre halt wirklich Verdammt geil Wenn man unendlich Ressourcen hätte Auf der Start Einzel Oh das wäre so cool Könnte man so Geile Sachen bauen Einfach schnell in der Zeit Ja Irgendwie versuchen irgendwas Hochzuzimmern Moin Feier deine Stimme Hi Freut mich Äh Ich mag meine Stimme jetzt nicht so Aber Hehehe Ich hab so Hunger Verdammt ey Ich werde mir gleich einen Döner holen Oh mein Gott Ich hasse dich Jetzt richtig lecker Gleich Döner essen Entweder eine Dönerbox Mit Pommes Und der Knoblauch Oder ähm Oder hier Wer ist die andere Soße? Hast du dich? Kräutersoße? Weißt du was ich im 24 Stunden Stream mache? Ich lass mich Ich lass mich Ja Oh fuck Ich lass mich nur geiles Essen liefern Nur Ich geh vorher richtig dick einkaufen Und äh Ja Bestell dann auch Essen Ich glaub ich bestell mir dann Burger Und chinesisches Essen Oh Ich hab überall Äh Über den letzten 24 Stunden Stream Hab ich mir davor Einen fetten Topf Suppe gekocht Oh das ist auch geil Ich hab den ganzen Stream Über Suppe gegessen Suppe ist wieder auch geil Aber ging auch Die Nerven dann auch Ja ist schon geil Aber nach 5 mal Suppe oder so Ja klar Ne ja würde ich auch was anderes Nur Suppe ist halt Oh man Hey Leute Willkommen im Stream Also das gibt es nicht Wie sie keinen Schaden macht Diese Waffe Alles ok bei dir? Hm Vielleicht Gibst du sehr vorsichtig Ja hab einen Ich hab einen großen Trank für dich Ich hab schon einen großen Trank drin Ja aber du bist trotzdem nicht voll Hey Ich hab schon einen großen Trank Aber hey Ja einfach Dir fehlt doch trotzdem noch Ja 50 Hier Sorry Sorry du Model Sorry du Model Und dann hab ich immer gesagt Sorry du Top Model Ja Ja Oh nein Äh Shop Äh Taco meine ich Oben Was Taco pushen? Ja Ihr fallt runter Und werdet es nicht überleben Party Dancing Queen Kleiner Killstealer ey Hahaha Dafür klau ich deinen Loot Ja ich merk schon Aber das ist ja nichts neues Kein Problem ne Daran hab ich mich schon gewöhnt Kann ich mir schon denken Äh auf den da L Äh Twins meine ich Sorry Oben auf den Twins Genau hier Klaus What the fuck Oh Fuck Ich kann nicht Ich kann nicht laufen Von wo schießt der mit? Da Hab ihn Ich hör ihn Ich hör ihn Abhin Oh Ich hab ihn 105 Schaden gemacht ey Das war ich jetzt mit der Deal Ja okay Danke Hier warte für dich Guck mal Hier unten ist ein Grüne Ich hab für dich einen kleinen Tank neu gelegt Grüne Rifel wenn du willst Äh blaue meine ich Oh ja Boah sieben kleinen Tank Wo wo ist der? Blaue Rifel hier unten Hier Alter danke Die selben Mode ist so passend Brauchst du Munition? Äh 147 Passt Habt dir was gedroppt Danke Kurz mal zur Kiste rein Sprengen Da unten ist auch noch Chest Alles aufgesprengt Goldene Diegel Zwei goldene Diegels Ja okay Egoist Du bist eh scheiße Mit So Maximum Gemein Maximum Assoziat Ich werde meine Munition wieder haben Hier wird nichts refundet Arschloch Oh ey ich liebe das wenn wir so Asi zueinander sind Geil C4 um einfach irgendwas wegzusprengen wo man sich nicht reinbauen will Okay Bisse Burg Oben auf der Burg Weißt du was ich mach? Geronimo Als ob ich dafür Damage bekommen hab Okay Ich kann dir nicht helfen Ich bin unten Die sind auch unten irgendwo Vielleicht haben die Eier und kommen hoch zu mir Brauchst du dich grad ganz hoch? Nein Ich kann da nicht hochkommen Keine Ahnung Sind die denn? Ah ich seh einen Haben wir Damage gemacht? Im Treppenhaus Ich bin fast tot Ah Hab ihn Ich hab ihn ein bisschen outplayed Einfach weil ich Um ihn einfach umgelaufen bin Aber Leider hat er Leider stand ich hier so doof auf der Treppe Und konnte ihn nicht gut treffen Medikit ist hier ne? Oh ja Nice danke Oder macht Verbände Macht Verbände Macht Verbände Hier Okay Nice danke Ich kann den einen Mini dann noch nehmen Nimm doch das Medikit mit Ja Nicer Nicer Konntest du nicht zu meinem Launchpadhof? Hm Das hätte ich aber Ich war schon hier neben der Burg Achso Achso Okay So ist es also Hast du zufällig viele Materialien jetzt? Ich muss mal kurz farmen gehen Ne man Gar nichts Deswegen farme ich hier Okay Okay Dann lassen wir mal kurz Richtung Westen Richtung Westen Richtung Westen? Oh nein Da Kommt Leute Was war meine Klaus bei dir? Das sind beide Solo Das ist beide Solo Der hat nichts mehr Beide so schlecht Das war richtig bitter für die Warte hier Minis Danke Willst du Rocket Launcher mitnehmen? Äh Oder ich kann schon auch Kannst du gerne machen Nimm ruhig Dein Bug Dein Arm war gerade so einfacher nach oben gestritten Hast du Rockets? Äh Ja Acht Stück hier Hier sind noch Minis Wenn du magst Ich hab schon 10 Dann hatten die aber auch keine Materials Also ich hab zumindest keine bekommen Ich hab auch nichts bekommen von denen Die hatten gar nichts Wahrscheinlich hatten die so 1000 Ich sag's es einfach nur Um nicht abgeben zu müssen Was? So was würde ich niemals tun? Ich bin doch ein ehrlicher Teammate Nee die hatten wirklich nichts Vielleicht 50 Mats oder so Die willst du nicht teilen Ich weiß schon Wollt einfach keinen Bock dir das zu geben Weißt? Hätt ich ja immer von so an Und sagt Ja Felix gib mir bitte Bitte Mats Bitte Bitte Ich hab einfach keinen Bock da drauf Kannst du vergessen Junge Ein paar Bäume abbauen Hast du auch was? Was? Weil du zu faul bist zum Farmen Heute Late Night Stream Ja klar Baule Selbstverständlich Klar 23 Uhr Leute Heute Abend Late Night Stream Jeder Oh da unten sind Leute Jeder der Zeit hatte Bin voll weit weg von dir Oh Liam Liebe zu Direkt neben mir Direkt neben mir Sorry dass mein Stream schon auf ist Aber ich hab schon 3 Stunden gestreamt Morgen gibt's wieder ab 13 Uhr Action Machen wir wieder 5-6 Stunden Stream Morgen ist Mittwoch? Dienstag Heute ist erst Montag? Krass Ja man Immer Montag Ich hab heute das Gefühl Ich hab das ja nie Sag dir richtig Geh mal raus in die frische Luft Junge Hier war ich heute schon völlig umsonst so lange Sind die da drüben drin? Ja Das waren sie zumindest Oh mein Gott Lass hochgehen Lass hinten hochgehen Beide getroffen Beide mit einem Diegelhit Ja schau mal mein Leben an Schau mal mein Leben an Nix kannst du Es ist wichtig dass du sie besiegst Ich hätte wir ja gleich getötet 5 Sekunden haben wir noch Oh mein Gott Es ist nicht durchgekommen Es ist nicht durchgekommen Tatsächlich würde ich ja sagen Das war deine Schuld Was ist das für ein Sound? Hört ihr das Leute? What the fuck? Was? Oh ja Was für ein creepiger Sound war das Hört ihr das? Klingt so wie wenn jemand runterrutschen würde Oder so in dem Berg Ja What the fuck? Okay Sehr komisch Okay aber Leute Ich glaub das war auch für mich Die letzte Runde heute Also jetzt für jetzt Nachher geht's natürlich weiter Leute 23 Uhr Ich hoffe ihr seid wieder dabei 24 Stunden Stream Ist am Wochenende Am Samstag Wir beginnen wieder 12 Uhr mittags Beginnen wir mit dem 24 Stunden Stream Und heute 23 Uhr Wieder Late Night Stream Leute Wenn es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall Ein Like da Noch auf den Stream 2013 haben wir schon geknackt Und Würde mich natürlich Über jedes Abo freuen Ja Wenn es euch gefällt Lasst gerne ein Abo da Und aktiviert auch gerne die Glocke unten Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung Den Link zu Fix Kanal Schaut unbedingt bei Fix vorbei Falls ihr das noch nicht getan habt Bester YouTuber auf YouTube Definitiv ein Abo da lassen Und aktiviert auch die Glocke bei Fix So Ich würde sagen Dankeschön Lass jemand raiden oder? Ja Also sind nicht mehr so viele da Ja Die meisten sind gerade schon gegangen jetzt Immer wenn ich mich verabschiede Ich glaube es sind ja schon die Hälfte der Leute gegangen Buh Nein Spaß Soll ich schnell einen suchen? Einen kleinen Fortnite Streamer Von mir aus den du magst Von irgendjemand Irgendjemand Such einen guten raus Äh Ich klicke einfach random Irgendjemand Hier Warte ich schicke dir Link Den schon mal geratet? Nein ich glaube nicht Ich weiß nicht genau Vielleicht Irgendjemand Zack Zack Okay dann Copy Leute Geht mal alle rüber Lasst alle gerne mal Einen Like bei ihm da Und ja Würde mich freuen Wenn Rüber geht Bisschen die Community supporten Schreibt mal liebe Grüße Und so Genau Schreibt mal liebe Grüße an Dann müsst nicht schreiben Von wem ihr kommt Schreibt einfach Und shop Ja ich zeig den shop Natürlich noch Ein bisschen die Community supporten Geht alle mal rüber Schreibt Hashtag Team Snogs Und Hashtag Team Fix Wenn ihr wollt Und ja Schreibt Team Snogs Leute Schreibt Team Snogs Und ja Dann danke fürs Zuschauen Leute Wir hören uns später Und ja Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss